Scrollt auf Garage Ach man kann hier eine Garage packen Utility Truck, genau und dann Kurz Geld von der Bank holen Ich schließe mal kurz die Autos ab, weil irgendwie geht mir das Weischt was da hinten kommt, nicht? Heli? Weiß nicht ob es ein Heli ist oder ist es ein Flugzeug, wenn es ein Flugzeug ist, wäre es... Das könnte auch so ein Dings sein Ach da, ne ist ne... Chessna glaube ich Ah ok Da fliegt so ein kleines Ja, was für ein Fahrzeug ich finde es ist alles kaputt Weil das coole ist, wenn man dann 5000 Coins hat, geht man zum Trader, sagt Garage Wartet Markiert das Auto was man reinkommen will und klickt auf Store Mh Dann packt er das Auto in die Garage Ah das Auto muss aufgeschlossen dafür sein Keiner darf drinnen sitzen Oh gibt es viele Basen, die so komisch in die Luft gebaut sind Ja das ist... Was haben die hier irgendwie so erlaubt, das ist die einzigste Art, wie du hier Basen findest Echt? Ja auf diese Art und Weise bauen die hier alle Warum das denn? Ich finde sie ein bisschen beschissen Ja ich hatte da vorhin auch einige gesehen, die sahen sehr abstrakt auf Assay Ja das sind so ähm Das ist glaube ich wegen der Sniper-Plattformen und so für die Ja Richtig Also auf Jade Groove, ähm, wo ähm, der Adam seine Basen drauf hat Also er hat schöne Basen, die sind echt schön gebaut auch Ähm, auch formschön jetzt Die meisten haben so eine behinderte Basis und einen Kasten und dann geht oben so ein Arm weg, wo halt noch eine Plattform ist Mhm Ja halt für ein Heli und so Ja oder halt äh, dann so eine, so eine Plattform halt, wo oben die Garagentürer sind und die sind halt mit Sandsäcken verstärkt, damit sie dann von da raus schießen können Ohja Wenn dann eine Basis abgebaut wird, schwebt irgendwo mal in der Luft Ja, hab ich grad gesehen Eine Kiste Ich hoffe, dass das äh schnell mit der anderen Base hinten passiert, dass die die spawns, damit ich ähm, damit wir da bauen können Ich mag einfach das Gebäude, das ist total toll Guck mal hier ist auch eine Base am, am verschwinden, da können wir mal gucken, ob wir die Saves aufkriegen Ja, wenn sie jetzt zwei Wochen alt sind, ohne, oder wie war das nochmal? Ja 0 0 0 Ja Ja Aber meiner wird nicht aufgehen Immer noch verschlossen Wird auch nicht aufgehen Okay Also entweder baut, wer grad so scheiße eine Base Mh Ist auch verschlossen Hier ein Auto ohne Reifen Auch verschlossen Auch verschlossen Ja, ich denk mal, aber warte mal, kann man nicht die Bloodpool abbauen? Ne, das geht leider nicht, sonst hätte ich das bei den anderen schon Aha Okay Rookie, warum kommst du nicht mehr zu spielen? Ja, ich denke mal, die werden das gerade erst hier gebaut haben Ah Dann haben sie aber einen schlechten Baumeister Herr Saftnase hätte das richtig gebaut, da wäre hier jetzt schon ein großer Palast Habt ihr mal unsere Arma 3, ähm, Epoch Base gesehen? Ne Die Saftnase gebaut hat Die ist richtig gekommen Okay Ja Wird er? Mann, hier liegen so viele Waffen und ich kann sie nicht mitnehmen, weil ich einen scheiß kleinen Rucksack hab Bis auf dass er komplett rot ist, würde er funktionieren Hm Was er irgendwen gehört Hm Hm Was er irgendwen gehört Video Beispiel, okay Video Beispiel, okay Als Haus könnte man sich wahrscheinlich auch gut zubauen wieder Ja Ja Check mich einmal, da vorne steht eine Mie Ja, wahrscheinlich die, wo ich auch schon war Ja, der ist keiner, denn ich bin ja weiter oben, weißt du Hm Naja, bestimmt kein Sprit drin Vielleicht werde ich gleich erschossen oder so, oder? Wo bist du denn jetzt ungefähr? Eigentlich noch in der Nähe, ein bisschen weiter links von der, von, von der einen Stadt da Mal prima gelandet Ja, abgeschlossen, war ja klar Ja, ähm, sag mal ungefähr eine Koordinate Gleich, wenn ich den Zombie hinten los werde Such dir mal die Koordinote Oh, guck mal ein Hedy, der, ein kleiner, der könnte funktionieren Oh, guck mal hier hoch aus Bist du jetzt bei einem schwarzen, kleinen, ähm Little Bird gewesen, mit draußen Plattformen dran Ja, genau da drin sitze ich jetzt Der ist unten komplett rot und hat oben ein bisschen orange, ne? Ja, ganz oben Hülle ist grün Ja, ganz oben Hülle ist grün Und dann orange, rot, gelb und orange Und ganz wenig Sprit Bleibt mal da Ja, dann glaube ich da mal drin sitzen Der Zombie vor mir leistet mir Gesellschaft War auch ein Safe drunter gebaut Auch wird der ausgültelt sich selber oder was? Alter, huiuiui Das schöne ist, man kann auf diesen Servern die Autos einfach wieder umdrehen Ähm, der sucht sich jetzt einen perfekten Sporn Deswegen tut er sich immer wieder selbst. So machen wir das auch im richtigen Leben. Wir bringen uns auch immer, um schneller wohin zu kommen. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verfahren. Sag mir doch mal Koordinate. Wo die Nahten sagen? Ja, du musst ja einfach nur auf deine Nahten gucken. Ich war dann völlig falsch gefahren. Das ist links 16 und oben 71. Das ist unter Woru-Uta. Genau da drunter. Ja. Ich bin mit einer rechts-links Schwäche von mir erstmal nach rechts gefahren. Obwohl 100% klar war, dass es natürlich meiner Seite anders wäre. Nein, du behinderter Zaun. Sonst gehst du auch kaputt. Bist du ausgestiegen? Nee. Scheiße. Ähm, 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 Bandage? Warte hin ungefähr. Was war das? Okay, ähm, geh in ein Haus. Das ist das APSI für uns jetzt gerade. Nee, bleib ruhig hier. Du brauchst nicht in ein Haus gehen. Du hast das ja. Hier ist nur kein Haus. Nein, du musst in ein Haus gehen. Okay, Milo, wo bist du ungefähr? Schreck mich doch nicht so. In so einer Kurve. Da vorne steht aber ein Auto, wo die Reifen abziehen. Vielleicht kann ich mich da reinsetzen. Ja, das geht. Ich bin auch, wir sind auch gleich da. Hast du wieder ein bisschen Blut, Daniel? Ähm, nö, kein Tropfen mehr. Hast du beide Knicker gegessen? Ach, sollt ich mir selber? Nee, ich hab dir Kaninchenfleisch gegeben, weil ich kein Blut mehr habe. Achso. Er hat dir gegeben, wo du sagst, du hast überhaupt kein Blut mehr. Ja, aber ich denke mal, ich hab Blut, aber... Geht auch ein Haus ohne Dach. Alter, jetzt bluse ich schon wieder. Ach, jetzt ist mein Blutstraufen auch wieder da. Danke, Zombie. Wahrscheinlich musste er mir nur eine Schalern. Wie lange dauert das denn, bis diese Scheiße kommt? Ähm, du könntest eigentlich noch Glück haben, dass es jetzt vielleicht nicht gleich kommt, aber... Ich laufe euch einfach entgegen. Stirbt mal, wenn man getroffen wird. Das fehlt Hälfte Blut, deswegen... Du hast das Absi unten drinnen, ne? Also das APSI. Ja, ja. Und nochmal. Okay, wir laufen immer noch auf der Straße. Wir kommen dir entgegen. Ich laufe euch auch entgegen. Das ist ja hier... Ich hab noch Arme. Ich dachte jetzt hier, wie bei dem Ehen-Spiel hier, wo immer diese... Weißt schon... Diese Operation kommen hier. Wo du schnell in den Haus rennen musst und... Weißt du? Aber wie heißt denn das? Mal Stalker. Ach so, Stalker, ja. Ja, da kam doch... Aber bei Silent Hill, wo du ins Haus wirst wegen den Monstern. Ja, genau. So, wir sehen jetzt die Kurve, wo diese komische Waste ist im Hintergrund. Und noch... Ja, doch, du, wenn es bei uns aufhörst du hast. Ja, da vorne läuft dem, glaube ich, ne? Genau. Ähm... Ich hab... Ja, ich hab noch eins im Rucksack und so. Und kann... Daniel, du wolltest ja ne DMR-Version haben, ne? Ja, kann auch ne M24 oder ne M40 sein. Also, wir haben hier M21-Dinger. Ich... Warte, check his rent. Packst du mir den Rucksack rein? Ähm... Die beiden Sachen, die du in dein Tool-Belt reinpackst. Und dann machen wir jetzt ein paar Kurve auf. So, alles drin. So, dann braucht ihr jetzt... Rechtsklick aufs Radio und jetzt braucht ich meine Angst vor dem Ding nehmen. So, was müssen wir jetzt? Ja, ich... Ich wurde grad vom Punkt an. Ganz am Akzeptieren. Oh Gott. Macht, wenn ihr das Radio noch anhabt, das Radio Plus aus. Sonst labert es euch die ganze Zeit irgendwelche Koordinaten und so. Ausmachen. Ähm... Bei... Optionen auf Audio und dann steht ganz oben Radio oder Funk bei euch. Achso. Achso. So. Die Option. Audio, Funk. Audio... Dann ja, du kannst die Waffe, die in meinem Rucksack ist, erstmal. Mein Magazin hab ich für die Waffe, die ich auf dem Rücken hab. Ist okay. Wir finden noch genügend Waffen, nur dass ihr haltet... Hab ich auch, aber ich konnte dich mitnehmen. Ja, wir laufen gleich zum... zum... äh... Trader und holen ein paar größere Rucksäcke und so. Für den Hedl. So. Gut, die Schlüsse, die es auf dem Boden liegen, nicht mitnehmen. Die sind von den Autos, die nicht mal existieren. Ähm... Wir können diese grüne Kiste suchen. Oder wir, äh... rennen nach Vorputereien, suchen eine Waffe und machen die... beziehungsweise wir können auch hier zum Traderrennen einfach ein Auto kaufen und... auch mit großen Insymmischen zu machen. Wie du möchtest. Genau, mir ist es ehrlich gesagt auch egal. Dann rennen wir 400 Meter in die Richtung. Ich muss nämlich auch erstmal wieder komplett in die AMA-2-Steuerung reinkommen. Mhm. Dann werden wir mal immer wieder AMA-3 spielen, dann werden wir genau umgekehrt. Mhm. Einfach weiter... Ja, ja. Wird gleich ein bisschen schwarz-weiß und dann... geht aber wieder weg. Ja, einfach deinen Namen folgen, kann nicht so schwer sein. Daniel, wie kannst du schneller sein als ich? Warte mal, jetzt war ich zu schnell. Aber jetzt sehe ich gar nichts mehr. Gar nicht mehr. Jetzt sehe ich nichts mehr. Hey, oder ich? Aber es dürfte uns eigentlich nichts passieren. Brennen wir noch, oder? Wir bleiben wahrscheinlich heute stehen, ja. Ja. So, weiter geht's. Was war denn das? Das ist dieser nukleare Blut. Slowout. Aha. Also dieses eine Teil nicht bei dir hätte es jetzt so ohnmächtig erstmal umgefahren. Genau. Dann wärst du ohnmächtig und dir würde die Hälfte des Bluts fehlen, sogar. Eigentlich so ziemlich das Todesurteil immer. Ähm, du hast jetzt eine Waffe, du hast, ähm, was brauchst du für Magazine bzw. was würdest du für eine Waffe haben? Also, ehrlich gesagt würde ich bei solchen Waffen bleiben, die ich jetzt so gesehen jetzt gerade auf dem Rücken hab, sowas ähnlich. Dafür brauche ich, äh, mk17-SD-Munition. Gut, dann, ähm, warte mal. Weglaufen. So, ich hab dir Geld gegeben. Du hast neun Magazine, du kannst dir bei, hier gibt's irgendwo einen Schwarzmarkt Trailer, da, hier. Okay, da kannst du dir, ähm, mk17-SD-Max holen. Ähm, warmclosing braucht ihr natürlich auch noch, sonst verliert ihr hier, ja. Was bist du für ein Wender? Kann man den anwählen? Ja, du musst, äh, einfach die Waffe wechseln und wieder reinzoomen dann. Okay, hier ist der, der mk17. Hier, der hier hinter mir. Was, 17? Hier. Der hinter mir. Du jetzt, Rainer? Du bist gar nichts dran. Achso, das ist der Autotrader. Das ist der, so. Wo ist der Futter-Trader? Ja. Danke, du darfst mich in die Nähe laufen, kann ich nicht in meinen Rucksack gucken. Ah, so gut der Futter-Trader schmiert er gleich ab. Achtung, er legt auch noch hierher. Oder auch nicht. So, ähm. Einmal in meinem Rucksack. Ach, ne Quatsch, ich lege das hier auf dem, aufs Helipad. Das, dem müsst ihr einmal kurz weggehen. Ah ja, stimmt ja, sonst kannst du dir jetzt nicht in den Rucksack gucken. So, hier liegt einmal beim Closing, das andere kaufe ich gleich. Derjenige, der, ihr müsst einem den Rucksack leer machen, dann legt ihr den Rucksack mit auf den Haufen, zieht euch um, ähm, und nehmt alles wieder auf. Dann backt der Rucksack auch nicht weg. Ach so, also, also, bei mir ist, glaube ich, sowieso nichts drin. Oder wenn ihr eh nicht zum Rucksack habt, legt ihn einfach ab und, äh, tauscht dann die Kremotten. Dann, ähm, die, Sivillen Closing, legt da wieder hin, dann tausche ich die gleich gegen die anderen Umgang, kriegt ihr. Bei mir, obwohl ich glaube, wartet, ich habe jetzt, glaube ich, genug, ähm, gleich um nochmal welche zu kaufen. Okay, da war noch nicht ganz. Ähm, die Sivillen Closing, legst du mir die immer auf den Boden? Milo? Bochisch. So. Kann ich die nämlich immer? Geld machen. Oh. Und, noch einmal warm Closing. Ich habe mir jetzt, äh, weil ich nicht so viel Geld knapp rum noch. Wieviel brauchst du denn? Ich kann ja auch noch 1800 geben. Ähm, schon okay. Können wir lieber... ... ein anderes für kaufen. Ähm... Ich glaube, die kannst nur du tragen, weil das Frauenklamotten sind. Äh, ich bin auch ein Mann. Du musst dein Rucksack ausziehen. Du musst auch ein Mann. Du musst auch ein Mann ausziehen. Ach, die muss man. Okay. Also, wenn du jetzt Sachen im Rucksack hast, kannst du bei mir ein Rucksack... ... ne, ich hab keine. Okay. 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 Gut, dann können wir, äh, wenn ihr wollt, mischen, es looten, wie ihr wollt. Was auch immer. Und jetzt bist du aber nicht so mit Klamotten. Nö, ich hab mir, ähm, Heatpacks gekauft. Was kostet denn im Obstelanzug? Äh, 27.000. Ui. Hehehe. Dann kannst du doch nichts machen. Kann schon teuer eigentlich knapp rum. Jetzt kannst du, wenn du willst, das... ... das Geld, was du hast, ähm... ... bei einem, wo man noch Bank auswählen kann. Das ist eigentlich immer ziemlich gut, wenn man das bei Medic macht, weil da kann man sich das merken. Ähm, hier bei Medic hinstellen. Bank und dann auf dein Konto einfach einzahlen. Ich hatte doch gerade 1.800, wieso hab ich denn jetzt aber immer 3.000. Ich hab dir mal den Rest gegeben. Achso. Ja, okay, wenn man... Gut. Milo? Ähm, ich hab da auch noch was für dich, dann... Soll ich stehen bei? So? Ja. Und du kannst dann, ähm, bricht da mal das... ... überweisen ab. So, dann hast du nämlich auch nochmal... ... was, um dir nochmal später... ... die Zonen zu kaufen und so. Ähm, Witsch... Ich hab grad leider noch nicht viel mehr. Hm? Äh, WiFi heißt, äh, überweisen und das andere ist... Muss ich einen Komma aufsetzen? Ne, mach dir den. Ja, die WiFi heißt abhegen und, ähm, deploy heißt überweisen. Achso. Okay, dann musst du immer mal... ... zahlen. Drei... ... komm mal auf... ... vier, zwei, drei... ... macht er irgendwie nicht, aber kann man nur eine bestimmte Summe überweisen. Kannst, ähm, auf der rechten Seite steht, was du auf deiner Bank kannst und auf der linken Seite steht, was du kannst. Ähm, jetzt zum Beispiel deine 3.000 noch was nehmen und dann machst du auf deploy und dann dauert das kurz und dann ist es auf dein... ... auf deiner Bank. Ja, das mach ich auch schon, aber passiert irgendwie nichts. Guck mal, ob jetzt... Okay. Ne. Äh, so Maximum Deposit an und ist Null. Okay. Ähm, sonst guck mich mal an und versuch mir das Geld einmal zu geben. Also, give money to Nikorata. Hm. Ja, das ging. Ja. Das ging. Das ging. werden kann lassen wir zurückgehen jetzt versuch es noch mal es kann sein dass noch nicht gemerkt hatte dass das geld was ich hatte die gegeben habe also dass mein geld jetzt bei die geht immer noch nicht auf das ist ja doch das andere wort das ist das linke das linke musste anklicken zahlen in den in den in dieses kästchen eingeben 2 4 4 2 jetzt nun geht nicht nimm jetzt mein geld ist genauso gut wie jedes andere normalerweise gehen dann ist es auf milo und meine du macht es nicht aufs konto kann er dir das ja nachher geben das geht wenn du das alles sagen kannst ja wie ich oder dein geld ist gefälscht kann aussehen frisch von der presse und sein sein was hat er gegen mich oder mich an machen ja kannst du es halt nicht das wird gelten kann auch sein weil es sich gerade erst umgezogen hat das ist genau nicht gespielt kann aussehen schlussprinke so dann gucken wir mal was hier so in der nie ist wir können immer noch die bandit mischen dann machen wenn ihr Bock habt ja auch machen wir die bandit mischen ok und 1 7 in die Richtung ok ok sollte man sich die auch mal gucken von wo wir da am besten angehen besten da wo bäume sind erstmal irgendwie in die nähe kommen das auto hat keine weifen kommt mit speed angeflitzt überholt uns gleich alle er kann nicht langsam laufen hat hier speed hackt oder du ne ich spiele nur mit controller ah ok durch den controller kann er das nicht regulieren dass er langsam oder schnell läuft ist das heißt du rennt immer er rennt immer ok egal ob es ein hase ist er rennt immer er rennt immer die kopter hört sich die kopter hört sich über näher an ja dann wird wahrscheinlich irgendwo kuteren eiern aber ich dachte die kisten werden gebaut weil die so komisch aussehen fehlt ein rad findest du nichts heilig da haben die es abgeschlossen oder ja und die reifen sind weg ja dann ist das eine anzeige packt bei mir so weil er bei mir räder hat ah ok hinten fehlen die reifen gut ähm wollt ihr durch vakuta oder an vakuta an vakuta vorbei hello könnt auch gerne vorne laufen also wir folgen und beschützen wir sind hier alle gleichgestellt ja ja aber die ersten stellen immer zuerst na super aber wer schreit denn hier immer so die Kinder das ist der Sound vom Spiel so die Kinder ja was haben die mit den Kindern gemacht ist da ne Vorgeschichte ja aber bloß der geht fährt der ja der funktioniert ja auch voll ja du steigst ein sie steigt aus hey wir können den wir können den ruhig nehmen ich wollte nur grad gucken ob irgendwo Schloss das Haus kommt mir bekannt vor ja das ist das Haus das kommt mir echt sehr bekannt vor ja das ist das Haus von Nikolaus ist jetzt hinten wer will fahren ja und du sitzt ja am Stahl ja ihr könnt auch ihr könnt auch fahren wenn ihr eine bessere Räume habt denk ich mal es ist glaube ich nicht dass ich da irgendwo gegen fahre na moine ich werde ganz gerne hab ich mir gedacht was du genau du das sagen kann ich wirklich sein rauchen und was trinken ich kann auch mal meinen Burger beißen yeah bis gleich naja ich werde schon wieder kommen ey ich bin wieder der Depp der irgendwo gegen fährt jo genau naja musst du aufpassen hier liegen immer ziemlich viele Steine rum ja wenn vorne das Fahrrad zerzeppert und da sind Bäume einfach nicht gesehen habe die Steine einfach nicht gesehen habe die Steine merkst du sofort komplett anderes fahren als in den A3 fährst ja hatte Ivan ja gesagt ne wo auf altes waren und er gefahren ist trotzdem ist er gegen die Wand gefahren mit 300 Sachen naja ist halt Ivan ob er jetzt 3 einmal 3 oder einmal 2 Spiele ja trotzdem irgendwo rein in die Ghetto wir fahren gerade durch die Ghetto so sehen die russischen Ghettos aus sollten wir eigentlich gleich an der Grenze des roten Kreises ankommen oder da habe ich mir die falschen Missionen markiert oder wie ähm fahr mal nach rechts oder nach links so nein nicht gegen den Baum aber diese hochgelegen Straßen die ist echt nur noch 300 Meter links von uns sag einfach Bescheid wenn ich irgendwo anhalten soll ich denke mal wir suchen uns jetzt einen Platz 250 neben uns links sag ich ja die Scheine die sind sowas von getarnt versteckt musst du schon aber ich guck mal selber mal auf der Karte die ist doch hier 200 232 Metern links von uns mhm ne warum steht der bei mir noch ganz weit hinten in der Wallachutten seid ihr gar nicht mitgefahren aber das ist ein Anzeiger ja ja wir sind schon drin das ist so kannst du eigentlich hier stehen lassen ne das Auto und ne das war ein bisschen weiter fahren ich würde nicht nur anfahren ne ne nur die Straße ein bisschen vor ja ja das ist so weit ja das ist genau da sein würde ja das ist genau da sein würde ja hier kommt auch ein Heli her oder der ist hier gerade ausgegangen kannst du hier noch überfahren kannst du hier noch überfahren ne 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 der Gammel kannst du knoddeln nein Zombie aus schmeckt alles geht ihr da irgendwo äh noch KI laufen ähm ich hab gerade nichts ich seh da liegt einer die liegen auf dem Boden die sind wahrscheinlich schon getötet worden what the fuck hier steht eine riesen Maschine im Wald ne ich seh da keinen mehr dann lasst uns mal gucken da bewegt sich wirklich nichts mehr die Kisten stehen da hinten aber da läuft niemand da oben ist Rauch kann man die fliegen hier die Maschine ja die kannst du fliegen ist ja wieder Ivo in seinem Spezialgebiet hier so ein riesenteil da müssen wir aber die Bäume erst umhacken aber ganz links oben auch als wenn da jemand abgestürzt ist ähm lasst uns mal oder zur Mission hinrennen die sozusagen klieren guckt ob wir äh was kriegen und kann einer von euch die M22 fliegen wenn Ivan hier wäre ja äh ich bin sie schon mal geflogen aber mit dem Landen war nicht so gut so die KIs die hier rumliegen wenn hier welche noch liegen ähm kurz drüber scrollen die haben Geld hast du das nicht auch schon mal geflogen mit dem? ok die haben kein Geld mehr wahrscheinlich war hier schon jemand alles mitgenommen glaub ich auch nix ok hier dampfts jetzt ist das schlimm ist da ne ne das heißt du bist schnell skript ja genau das ist Giftgas weißt du ich kann mir das man alles hoch sagt äh jo Alter da schießt sie da klack 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 schüsse auf doch 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 hinter die M22 oder so erst mit der Gnung suchen egal wir können weg ich hab eigentlich die Briefcase ist das wichtige hab ich ok dann lass uns abhauen ja ja der hat nicht gerade so gut geschossen wie solche Halunken die da eben drauf warten da jemanden abzuknallen ich die Camper hm irgendwo von da oben geschossen vom Berg wahrscheinlich hat er das überlebt mit dem Absturz weil das der Heli der hinten runtergegangen ist also da oben wo der schwarze Qualm ist wo ist denn das Auto eigentlich das müsste von dir jetzt aus ein bisschen ok ähm irgendwer hat aufs Auto geschossen ja irgendwer schießt aufs Auto wollte ich auch was sagen hat nämlich auch grad so n ja die Reifen wurden zerschlossen ähm lasst uns Richtung Wasser runter rennen ja einverstanden da steht ein Wotnik hat der so ne wo steht ein Wotnik wo steht ein Wotnik direkt vor uns steht ein Wotnik wenn der offen ist nimm ihn mit verkaufen ihn hier sind Zombies das heißt er ist hier irgendwo fack der kann man hier mal so ne das ist den sein Wotnik er ist abgeschlossen ja das ist dieser ja klar dass wir den abschließen wär zu schön gewesen der müsste uns da ja aber hinterherlaufen wenn er unbedingt das Auto noch zerschossen hat damit wir nicht abhauen können ja mit ner Silenced das ist total wir können da vorne in die Scheune gehen und einfach warten dass er uns hinterher kommt und dann da schießen wir ihn auch neben mir und das ist das ist echt armselig so zu warten mhm es ist ja so die klieren die Mission und dann warten sie dass da welche kommen und dann denken aber wir können dann gucken so wie wir das jetzt gemacht haben dann passiert sowas dann passiert sowas oh sieh mal an ihr wollt schon jemand bauen 3 3 4 ja ja ok der safe ist auf und ja ah ne still un-correct ok er hatte sich kurzfristig offen an hier ist sonst ein Haus dann jetzt mitkommt oh hier liegt eine M-21 also äh das Pendant zur M-24 oh oh shit ich hab nur einen ähm also dem ja ich hab leider nur mir fehlt ein Brief ich hab eins liegen lassen da kann er sich freuen da hat er ja nochmal Schwein gehabt hm hm ich meinte nicht hinterher zu kommen ja ich denke man da versucht dass er hier hinten jetzt ein Stück gemütlich zu looten da verstehe ich aber die ganze Sache nicht warum er das Auto von uns erschossen hat ja oi 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 Haha, wer ist hinter dir hier? Nein! Gute Sau! Dann lock ihn doch nicht zu mir! Lass doch gehen! Rett er ums Haus zu dir hin! Der schlägt durch die Wand! Ja, der haut dich durch das Fenster, warte mal auf! Oh, mein letzter Verband! Ne! Tricks! Halt dich geschlagen, oder was? Hm... Okay, ähm, was... Wie wir überhaupt vorgehen? Also... Mission haben wir jetzt gecleared, also... Wir wahrscheinlich entweder... Weiß nicht... Hingehen und gucken, ob wir ihn kriegen können... Ja, also ich würd sagen, ähm... Wir versuchen, ihn wegzuholen... Oder wir, ähm, ziehen uns zurück... Gehen in die Stadt und hoffen, dass er... Oh, Alter! Ähm... Bei der Stadt vorbei wäre... Ja... Kann ja einfach mal versuchen, am Wasser langzulaufen... Und dann nachher wieder hochfahren... Dann kann er ja nicht sehen, dass wir erstmal zu ihm laufen... Maldo, du hast eine Silence-Waffe, du kannst den Zombie kurz, wenn du willst... Oh, ich kann das auch mit meiner... Steil gedämpften Handwaffe machen... Dann hat er auf euch auch nach. Toll! Wirklich! Ich bin viel genau im Kopf geschossen... Warum rennt er auf euch zu? Dann hab ich ihn.... Na, weil hätten wir ihn wieder schlagen... Die Sau... Okay, ist tot. Ja, er ist tot! So... Von unten steht ein Panzer, aber das ist nur.... Schade! also dann möchtest du die 21 haben dies aber nicht er ist definitiv auch hier okay spaß euch noch danke danke schön das auf hinter dem zombie werden auf mich gehen na 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 jetzt hinter mir her kommen jetzt auf dich zugelaufen einer hinsicht ist es mit den zombies ja nicht ganz in ordnung sind nicht so übertrieben viele haben wir noch leben das ist nur ein mann hier die dann bringt uns so wie auch nicht viel kannst du einfach zu fliegen oder so kennt ihn schwer zu fliegen muss ich ehrlich sagen was diese naja das ding ist schwer fix in der ego sicht sehr gut ich denke mal wenn wir bei dem bot nicht gehen hätten wir irgendwie der steht ja eigentlich hier oben im wald gleich weil ich jetzt direkt über mir stehen eigentlich und da vorne ist das flugzeug natürlich ist jetzt natürlich gar wenn man jetzt doch eigentlich ein glas ist jetzt erst stumm wenn er immer noch wäre da der botnik weggefahren ist gut das ist die frage ist es wirklich sein botnik aber wenn ich eher gewesen wäre ich mit dem botnik da einfach hingefahren umbringen hätte man nicht schlecht können dann ist es den gut gepanzert ja manche server haben ja schon diese ein paar zeichen liegen dabei bei den missions ja gut also wenn man das hat ist natürlich ein vorteil man sollte ja nicht erst mal gucken ob der botnik da ist ich laufe dann mal hin mal checken ob er da jetzt noch steht oder ob der weg ist es steht hier noch da hinten ist er ich sehe ihn jetzt hat er geduckt ja auch viel schieße leider in einer hinsicht muss ich jetzt mit meiner waffe kann ich da jetzt nicht so viel reißen aber ich kann ja auch ich meine den zombie ein bisschen vom hals halten der hinter mir her ist der ist dahinter dem baum der wollte gerade anlegen zu mir aber ich war schneller also schnell wieder hinter dem berg ist er dann schnell wieder ok dann ähm du läufst genau in seiner sicht das ist gut hinter diesen felsen ist er oder was ja es waren bäume jetzt hinter dir knapp daneben ist auch ich hoffe dass er sich mal ein bisschen zeigt ok er hat sich gut gezeigt er ist hinter den felsen direkt hinter dem felsen ja also ich würde sagen dann habt ihr eine waffe in apsi noch ein radio und ein large gun bag ach hat er sich getötet ja sie ist gestorben instant headshot alter weiner knapp geben mir daneben geflogen danke das wird von hier aus naja eindeutig den vorteil wir haben das blöde problem dass die der stein eine große box hat du bleibst da ich versuche ihn zu umlaufen hi sweet äh ne hast du es noch im auto gelassen guck du weiterhin auf den schönen auf den dings drauf die mehrere felsen so ne ja ja einfach auf diesen felsen da gucken da muss er ja irgendwo sein versuche ich jetzt zum zum flugzeug dazu kommen wäre doch gelacht dass wir den nicht kriegen ganz kurz sein kopf gesehen toll ich bin auf der insel gesprungen sollte ich kurz anrufen wegen deinem handy gibt es noch in der stube vielleicht ich bin gar nicht gar nicht so arg weit weg von euch danke such mal in der waffe und komm wieder zu euch jo hübsche face hast du die steine immer noch im blick mhm ah er hat mich getroffen echte fuck wie kann er mich denn von da aus gesehen haben war ja schon weiter oben ne er muss wieder hochgelaufen kann sein dass er hochgelaufen ist ja der ist mit mir hochgelaufen das ist das fiese wenn man diese kleinen steine vor sich hat ist die hitbox von unten nach oben größer als wie wenn man von oben nach unten schießt also wenn du über dem stein stehst kannst du drüber schießen aber derjenige der hinten unter dem stein steht kann nicht hoch schießen das ist die alte armer logik bist du tot mein Gott oder ja er hat mir einen glatten headshot verpasst das geilste war dass ich hinter hinter dem felsen auf dem boden lag und trotzdem headshot gekriegt habe ich verstehe es nicht ja zweieinhalb dann bin ich da 2 8 dann muss er dich da nicht gesehen haben Daniel das gute ist Daniels Waffe ist sehr stark da hatte er dasselbe wahrscheinlich vor uns umrennen ne denke ich auch mal also das gute ist Daniels Waffe ist sehr stark und silenced also die minuten greets dort wie hey wir hatten zum glück alle kein geld dabei oder das heißt wir hätten jetzt würden es nur wirklich warm closing apsi also würden ungefähr 100.000 jetzt gerade verdienen ich bin ganz unten gespawnt okay in der nähe von der hero lucky break so die mission halt die rote ganz unten okay genau da bin ich könnten du könntest versuchen entweder dich umzubringen und zu spawnen oder du versuchst fahrt ihr ein fahrzeug zu suchen und ich versuch mir ein fahrzeug zu suchen ich hab eine mit irons halt und stalldämpfer das wird episch was schlimm ist ich bin ja jetzt hier noch bei deiner leiche und ich sehe aber nogen so einen auch auf jeden fall den großen rucksack mitzunehmen oder warte bis sie können wie sie da ist so gesehen der scheint sich dafür ja nicht zu interessieren anscheinend auch um die leichen die 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 meisten hier drauf spielen die haben schon wird ihr seht ja die basen also eigentlich haben die überhaupt keinen sinn eigentlich noch hier drauf zu spielen weil die so viel geld und so viel zeug haben es geht in tatsache nur noch ums töten mal wir machen das nur aus spaß die die mission das sinn des lebens einfach leute um und so ich denke ich habe mit in aber die sind geschickt auf jeden fall mal eine andere karte hat immer die stelle noch aus karte ja schon bist du ich denke mal dass er jetzt zu seiner leiche kommt und die hast ihn umgelegt ich sag gerade ich denke mal nicht dass er zu seiner leiche kommt der der bei euch ist ist der der mit b der im chat gerade schreibt hat die ganze gekillt und dann hat er beim ersten kontakt geschossen da feier der heli abgestürzt ist und er sagt er hat aber den absturz überlebt vorher und jetzt redet er halt darüber dass er uns gerade dass er uns gestalkt hat und und auf uns geschossen hat und wir halt jetzt gestorben sind er halt immer noch da ist also du hättest jetzt eine chance dann wenn du ihn irgendwo umlaufen kannst daher am schreiben ist weil er denkt nicht dass du noch da okay jetzt der andere ist auch da er hat er hat den ersten also hat daniel verfehlt und dann hat er mich erschossen dann hat er wahrscheinlich gesagt hast gedacht dass ich danke bin und der den versucht hat zu umlaufen obwohl eigentlich hätte er sehen müssen obwohl ihre waffen sind beide hell 2000 dann bin ich da ein polizei auto guten getz briefcase ist es gut wenn du vielleicht doch noch an meine leiche kommst in meinem rucksack sind glaube ich die briefcase ist dann muss nur den rucksack nehmen oh wie schön ist das denn ich hab mir geboten ist behind the coast i short won't beise ähm bleib bleib bleibt im versteck der eine kommt gleich hin und guckt und der andere will back abgeben wie der eine will seine leiche durchsuchen oder was er der eine will will meine leiche durchsuchen und weil er gerade gesagt hat dass das in der einen leiche bei der c 130 die die briefcases drin sind und die haben jetzt nur noch fünf minuten das heißt die sind im zugzwang sie müssen wenn ich nicht zu mir an der backe hätte und ich habe kein verband mehr weißt du kann ich jetzt nicht mit den zumbi anlegen äh naja egal ich meine wäre da nicht besser wenn ich jetzt erstmal die koffer sichere weil er jetzt gleich surferisiert ist ja klar du kannst versuchen die müssten in meinem rucksack sein du musst nur ein take backpack machen naja die habe ich ja schon die habe ich schon bei mir ach so du hast sie schon bei dir ja dann abmarsch geh weg da geh weg dann hau ab sie da verleitet sie doch gar nicht ich dachte ich dachte du hast meine leiche noch nicht gelootet ist doch ich stand ja direkt in dem baum bei deiner leiche als du sagtest der edel will zu deiner leiche kommen bin ich weggerannt also weil ich die koffer hatte ich ja schon bei mir gut nee dann lass alles andere liegen und renn einfach nach wakuta rein und wir treffen uns im wakuta oder so so einfach weg da dann sollen sie lieber den ganzen anderen scheiß finden als wie irgendwie jetzt noch die koffer zu kriegen das sind 200.000 coins die du jetzt dabei trägst ok jetzt hat er die dmrs gefunden hast du dir mehr bei dir ja also die dmr waffen das ist halt die 100 die m21 und die m14 hatte ich dabei aber leider findet ja keine koffer ich glaube ich habe das große bogen ich bin jetzt immer mal am wasser lang gerannt ich glaube ich bin jetzt mal am laborator hier ist das große bogen ich habe mir 2 wir sind mit der alzheimer sie sind ein paar sie sind mit der alzer sie sind mit mein charakter hat wieder den ich lauf alleine tic das ist sehr schön hör auf damit wo bin ich denn jetzt hier vor guter sagtest du ja irgendwie da so ich bin jetzt gerade aus dem stil raus und mein computer gerade wieder sagt er wird zu warm das heißt ich muss mal kurz den zweiten dazu schalten muss man sich vorher ausloggen bevor er gesetzt oder am besten wäre es auszulocken aber es ist eigentlich egal so leute ich mach kurz muss kurz was umbauen da mein rechner gerade der meinung ist er möchte überhitzen das heißt ich muss den größeren lüfter unterbauen die priesen sei die wasserkühlung beim laptop gibt es sowas leider nicht aber ich werde morgen wahrscheinlich in den sauren apfel beißen müssen und bevor ich mir jetzt ein micro kaufe und das spiel werde ich mir dann doch erstmal noch einen neuen größeren lüfter holen ich mute mich mal kurz sonst kriegt ja gleich ein knallschaden wenn ich es herzeit absetze und so ausgelockt daniel oder ich glaube noch ein kleines stückchen ich sehe hier noch überall munition liegen was ich alles gerne mitnehmen möchte ich glaube ich muss jetzt aus dem baum reinstellen ach ja vorhin ist hat gerade einer geschrieben wegen dem smoke warum es da brennt aber da ist ein trader oder da fliegt ja aber das merlin da kann ich schießen hast du einen grünen suv meilo oh hier fängt ein riesenmeer den haben wir vorbei die war auch gerade eben bei uns ja sind hier wieder schießwürdige affen am start ja malo war der war der grüne suv der irgendwen reingefahren ist malo wenn du deine sachen haben willst müssen mit dem auto wieder herkommen ja ich fahr zu euch gerade hin zum ersten dann ist das ok dann passt auf der grüne suvs dann nicht freundlich gesinnt also ich bin das nicht wo seid ihr denn jetzt genau bist du gerade wo ist an uns vorbei gefahren wo es brennt sind wir ok wo es brennt das sehe ich noch nicht dann ist derjenige die beiden die hier gerade die autos gefahren sind definitiv admins oder hacker weil so schnell fährt der hatchback nicht ich weiß es war ja nur so ein schrottkiste ich guck mal kurz ob im atc eine waffe liegt für mich wo qualmt das hier denn auf dem airfield da fährt ein auto das bin ich ja ok dann komme ich mit so einem kleinen auto mit geschützt obendrauf ok nicht den survivor überfahren der über sehr viel trennt sinnloserweise laufahren willst du das ja ja oh alter die airfield straße die hat gerade gebackt ungezittert ähm milo hier ist noch ein kleines gun back ok wer wer ist hier drin das bin ich das bin ich ok da ist ein kleines gun back da kannst du wo wo hier in dem den ach da hier drin ähm ähm die die kommt sehr laut lol ähm der gun pack ist weg naaa shit er hat sich gerade verabschiedet passiert manchmal musst du deinen anderen rucksack machen ja hier liegt antibiotika ich nehme es mit dann kannst du es gleich nehmen da ja ups naja um die zombies da rauszuladen so ich packe dir es ins auto dann verbinde ich mich auch im auto und zu ich wollte gerade sagen willst du dich erst verbinden ne ne mach ich im auto äh als so und die anderen zwei sachen pack ich dir auch ins auto dann können wir jetzt entweder die kreise wo nichts drin steht abfahren oder wir versuchen eine mission zu machen mit den waffen die wir haben was habt ihr für waffen ähm also ich habe eine acr rco winter ok so 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 370 aber siehst du hat er ausgehalten ich hab gar nicht gesehen so ein kleines und kleines aber man muss da nicht darauf viel raus sehen der war so hier kenne ich noch aus jemanden aus einem anderen Video da haben die mitten in der Mitte da ne Basin gebaut an den vorbei musstest wenn du da rüber wolltest mh deswegen ist hier kann man in die gelbe da einfach reinfahren oder ist dann da da ist KI dann sind wir eigentlich jetzt schon drin ne was da vorne ne ne noch nicht ganz boh kratz sagen so schnell kannst du auch nicht gehen ähm dann fahr mal unten Wasser lang ok die schießen schon Mission wird schon gemacht ok und wollen wir jetzt mal so böse sein und warten bis die fertig sind ja ich glaub der Heli wird das schon gleich erledigen aber das gute ist das jetzt das rum kommt hast du dessen steht da ah jetzt ready genau wir hätten auch Glück haben dass die alle runterknallen ah ich glaub die haben ein Absicht dabei ich glaub auch dass da irgendwer in der Base oben sitzt da lass mal gucken ob das äh ist da kann weiter aussteigen weiter von in auto in dem auto drinnen war nix ist in dem auto oh das ist ja so ein kleiner Hügel ne mh kann mal gucken ob wir die von hier aus sehen so abschließen äh warte ich geb dir den Schlüssel weil du ja anscheinend so ein mega lack hast mit dem überleben du meinst übervorsichtiger ja ja besser ist ja ich bin ja so ein so ein ich sehe einen am auto so einen schwarzen da wo ich hingucke erschießen ja ja genau er schieß ihn los er hat mich auch erschossen dieser Pisser ich hab ganz bisschen an ihm vorbeigeschossen ne ne der vom auto hat mich erschossen ich hab ganz knapp an seinen am kopf vorbeigeschossen und er hat direkt mich getroffen und ich hab's nicht im video sonst könnte man es sehen diese blöde scheiße 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 ich bin ein zombie hast du ein zombie gespawnt ja bist du auch tot nein ich leb noch aber du bist ein zombie irgendwie schon keine ahnung ich kann mich jetzt verbinden Daniel siehst du dass ich stehe ja du verbindest dich ja ich leb noch was will denn der heli jetzt hier ich leb noch der hilft mit der hat mich nicht getötet der heli der spät aus der passt auf pass auf da ist noch einer kriegst du die kaum weg ich hab leider keine silence oder schießen die da hinten wieder so leute ich hab jetzt doch nochmal das nette äh den netten stream gestartet was wird der dreckstil die denn hier der spät aus der kundschaftet oh 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 jetzt sind hier schon wieder zwei zombies hey wieso landet der hier hey wieso klaut er mein auto was ernsthaft schreibt schreibt hin das ist ein eingeloggt so dürfen die nämlich nicht jetzt lässt es fallen toll dann ist es im oh diese uhrenkinder gerade auf ein heli geschossen ja mach weiter ich hatte bestimmt weh die deine 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 dein alter wer schießt denn jetzt ich bin ja fast tot hab einen erschossen er war schwer war dass er mich erschossen hat ja oh nee jetzt kommen die zombies und ich kann mich nicht verbinden dann setze ich in das orange auto und verbinde dich da dran damit fliegt der doch gerade weg das orange auto damit fliegt der weg warte mal dahinten steht auch noch eins und der hamvi ist im arsch nö den hat er bloß wieder abgeschmissen setze ich doch schnell den hamvi kann ich mich im auto verbinden ja ja kannst du ohne probleme wir sind immer auf den roter vom heli auch das so brauche ich aber gleich noch blut habe ich leider keines mehr dabei habe ich habe ich einmal dabei aber komm spawnd sachen spawnd ich brauche zeug ich will da wieder hin ich will leute töten und ich ich hasse das wenn ich wenn sie nicht so rum fehlte das geht mit tierisch auf den kipps ich blute doch aber ich blute eigentlich gar nicht mehr ja das wenn man im auto sich verbunden hat dauert es mal kurz wo schießen die jetzt eigentlich von der base gar nicht mehr gar nicht mehr also der waschbäer der der gehört zu dem nissan wenn ihr an den nissan rankommt der waschbäer wird garantiert einen schlüssel von dem nissan dabei gehabt haben der heli landet jetzt ist auf der base gelandet wo ist unser auto hier vorne ok oh zombie komm schnell rein schnell rein Milo ich bin tot der hat mir aus dem auto geschossen oooh der hat mir hinten in den rücken geschossen hehehe ja nach der enttäuschung äh ist ja gut das sind doch noch hier einen guten lieb ne blum tadaaa so zu welcher trader dingens soll ich hinfahren Arnie? Okuta sind wir oben die Rucksack ach du Heidi brauchst du noch Geld? ja das ist schon ok erstmal ich hab 83.000 Grad ok dann falls du noch was brauchst dann sagst du Bescheid ne ich zahls dann ein achso könntest du denn mal Funkgeräte hm kauf mir erstmal wieder Absi und Funkgerät cooles Sniper wow cooles Sniper wow oh er haut wieder ab unser unser Spendierer hinterher schreiben wo bleibt meine Millionen hehehe jetzt hier so alle an die Kufen ranhängen gib mir noch was gib mir noch was gib mir noch was gib mir noch was du hast mir noch nicht genug gegeben hm danke für die Sniper und jetzt schieß ich ihn aus seinem Stuhl da raus ich hoffe er ist ein admin achso da hat er da hat er da hat er spielt hier auf den Server hm ich weiß nicht wie ich hier rauskomme hast du dir schon Absi gekauft und so ich kann doch hier nix kaufen kann doch immer nur ein Hilfe Menü kannst du nichts kaufen immer noch nicht ne warte mal guck mal ja krass ähm wenn er die blaue Schrift anzeigt ähm du kannst mit dem Advanced Trading ja da kannst du Achtung stell dich mal in die Hütte irgendwie ihr müsst jetzt euch ins Haus stellen irgendwo uiuiui da hab ich nicht auf mich wurde gerade geschossen wieder ich bin im Haus achso ja jetzt kann jetzt gehts ja jetzt gehts ok äh der Typ der unter dem ein Zeltding steht der hat b das APSI und Funkgerät und so hm so ich guck mal eben bei ihm hier was er so hat ist die äh ist das schon vorbei jetzt hier das ne das kommt ne das kommt kommt gleich noch ihr hört ja auch dieses jedes mal wenn das kommt äh kommt es sozusagen einmal ne also ihr könnt dann noch laufen wenn die dann das ist jetzt die zweite Stufe und dann kommt halt die nächste und das da solltet ihr dann äh ins in einem Haus sein oder im Auto oder so ja ok dann bleib ich jetzt erstmal hier drinnen ach was verkauft er dann nein nein hör auf hör auf damit einfach los dann geht ja nicht der macht ja hier und jetzt macht er noch ein drittes obwohl ich gar nicht mehr da hinten bin hör auf jetzt so ein haltsam und ein viertes ich bin hier schon fast aus dem Haus raus wenn du mit dem mit dem mit dem mit dem der st funktioniert das da also nur mal so rein interessant ne ist halt auch noch ein fünftes gekauft aber ist egal 5 volt da nur kaufen so jetzt gehts los ja jetzt bleib ich hier hinten viel zu viel jetzt passiert nichts komisch ach nee hast du jetzt eine gekauft eine Kugel ist es stand bei mir auch dass ich mich selbst umgebracht habe oder stand das nur äh Gursklipp ne da stand das nicht stand einfach nur dass du getötet wurdest ja komisch jetzt auch komisch dass das mit dem mit dem blöden Teil äh wie viel Geld hast denn du noch Daniel? ähm ich glaub 50.000 auf der Bank und hier bei mir noch 19.800 19? 19.800 aber ich will mal noch 2 Cola holen äh so ein äh APSI und so das kostet ja jetzt doch schon ein bisschen mehr mit dem mit dem mein mein ganzes Geld dann kannst du dir wenigstens ab sie und das radio was hat ich ich auch nicht gewöhlich hier im Haus weil was das ist aber ich weiß auch nicht warum das gerade so lang dauert normalerweise wenn es einfach anspringt und dann haltet der ton in kürzeren abständen kommt geht es eigentlich los und ja weiß ich auch nicht will es nicht los gehen jetzt geht es los jetzt geht es los ja also eigentlich dürfte dir auch nichts passieren wenn du beim Trailer bist also rein theoretisch normalerweise nicht dann hier jetzt kein Blut ja mal sehen also wenn ich jetzt die Hälfte meines Blutes verlieren sollte hat mich erwischt ich hoffe dass ich im Haus drin war aber du dürftest äh nicht komplett also die dürfte jetzt nur ein Drittel abgezogen werden dein ganzes halbes Blut mich hat so viele und ich wurde bei dir abgezogen nix die Hälfte mir wurde nix abgezogen aber ich lieg ohmächtig auf dem Boden oh fuck in der Sage so ein halbes Blut abgezogen bei dir nichts also irgendwie ist da ganz was falsch gelaufen dann kann ich mir gleich noch hier von ihm aber warte mal der soll nicht gleich wieder fünf stück kaufen ähm so ein Blatt pack bitte warte mal Daniel ich brauch nochmal kurz Geld ich hab keinen Rucksack und da liegt was gutes und ich will's haben warte mal warte mal hab ich noch Geld auf der Bank gib mir noch schnell Blut wieso brauch's denn äh ich bräuchte äh so viel dass ich mir einen kleinen Rucksack kaufe also einen Rucksack kaufen kann ich muss nur kurz gucken wie viel kostet ähm 600 600 hast du 600 gesagt oder meinst du 1000 ne 600 600 hätte obwohl 600 hätte ich ja gar nicht gehabt ne ne nur 600 wo gibt's jetzt das Geld gibt's hier gleich wieder wo gibt's jetzt ähm ok jetzt Munition ok ich denk mal bei dem da vorne ne hier gibt's das ob sie und so da hoch ich will da hoch ich will da hoch ich will da hoch ich will die Waffe die da riecht die ist toll die ist laut und macht ganz viel Krawumms so erstmal ein Funkgerät wieso ich will da hoch hier unten und das ist es ich will ich will ich will ich will ich will Du bist jetzt ungefähr wo, Milo? Immer noch da, wo ich mich versteckt hatte, weil vorhin so einer auch auf mich geschossen hatte, als ich im Auto saß. Das war jetzt, äh, wieder bei der anderen Insel, ne? Ja. Und das hab ich jetzt. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? Also ich hab noch 10.600. Dann könnten wir... 9.000 könnten wir einen, äh, ganz normalen SUV kaufen oder so. Oh. Oh. So, ich bin im Auto und bin jetzt hier ein bisschen mobil. Ich denke mal, der eine, der hier war, der ist, glaub ich, gestorben durch diese... ...Pleise, die gerade war. Dann kauf mal. Ähm. Das laufe? Ja, kauf mal. Achso, ich soll kauf mal. Okay. Ja, wenn man jetzt die Ausrüstung verliert, das wäre dann schon... ...traurig. Ärgerlich. Boah, ich zitter ja, wie sauer. Oh, ich mach... Warte mal, kannst du noch einmal... Hab ich überhaupt... Ah, ne, hab ich dabei. Aber dann darf mir kein Zombie jetzt mal hauen. Schmerzmittel. 15 Minuten ist Restart, ehrlich. Ja, ein bisschen kommen wir noch. Ja. Vielleicht finden wir uns noch und dann können wir uns dann auslaufen. Oh. Wir fahren jetzt erstmal wieder zum Flughafen, Milo. Wo bist... Du warst bei... Flughafen wieder? Ja. Ähm. Oder ist es... Es ist, äh, doof. Also... Oh, da kommt... Was ist für dich, Nia, sagt was? Also, ein... Nea... Oh. Beat Brader City. K.P.A. Okay, dann treffen wir uns da. Oh. 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 Wieso sehe ich jetzt deinen Namen nicht extra? Ich habe doch eine Gruppe angenommen. Also ich sehe dich also... Mit dem extra Namen? Ne, das nicht. Das meinte ich ja. Weil ich wollte gerade Gruppe machen, aber da hatte ich eine Einladung von dir. Okay, mal gucken. Also wenn du jetzt hier irgendwo die Kiste siehst, die eine, die gespawnt sein müsste... Hier direkt am Airport? Ja, da steht sie. Ach doch, jetzt sehe ich deinen Namen. 16 Gold und ein Briefcase, ein halbes. Kriegst du noch Gold mit? Ja... Gold oder Briefcase? Äh, Briefcase. Gold ist nicht so ganz sücht. Oh ne, ne. Achtung. Meine schönen Bandagen. Du Dreckszombie. Ich hasse dich, Penner. Ja. So, jetzt werden wir natürlich noch gucken, wo die zweite Kiste gespawnt ist. Du musst ja hier... Kommst du hin? Warte mal, da war aber noch zurück drin, ne? Wir haben uns nicht alles mitgemacht. Ja, da ist... Ja, können wir machen. Oh, der Zombie da. Zum und her. Hä? War da nicht gerade ein Armee-Zombie? Der ist wahrscheinlich abgefragt. So. Nein, ich wollte doch nicht einsteigen. Okay. Das, was jetzt drin ist, ist nicht richtig. Wie konnte er mich jetzt hier durch den SUV hauen? Bist du drin? Hm. Jetzt muss ich doch mich verbinden. Bist du drin? Bist du drin? Naja. Kann nie wahr sein. Ja, die haben ihre fünf Meter Arme, ne? Ja, es gibt hier zwar nicht viele Zombies, aber die es gibt, die haben's in sich. Das Gute ist, wir haben jetzt, äh, das Gold, das können wir bei, ähm, können wir zu Coins machen, dann können wir gleich das Upsi kaufen und so. Ja. Ah, ist das schon... War ja jetzt gar nicht weit von der einen Safe Zone bis zum nächsten. Äh, warte. Ja, läuft die Zeit. Ich blute immer noch, dabei blute ich doch gar nicht mehr. Hör auf jetzt! Ja, das ist Anzeigen. Sieht furchtbar, sieht furchtbar aus. Irritiert mich. Oh, hier steht einer drinne. Wer hupt? Ich hupe. Pause. Okay. Ich hab's geschafft, juhu. Ach, das war ein Verkäufer, der da drin steht, das war ein... Echt jetzt? 10 Minuten ist restart. Verkäufer? Echt jetzt? Ne. Weg. Sie macht das schon. Ach, du kannst ja jetzt nicht auf meinen Rucksack greifen, ne? Also kann... Ihr müsst euch einfach ins Auto setzen und geht was. Ja, ins Auto, ich pack da mal... Essen und... Hier bin ich als Fahrer wieder drin. Ist da jetzt was reingemacht oder was? Mhm. Und... Hier noch trinken. Essen. Ist das wieder der freundliche Admin? Weiß nicht. Gucken. Ich glaub der landet da hinten auf der Plattform. Ja? Ist er hier wieder? Ist er glaub ich wieder. Ja, der mit seinem Kleinen. Ah ja. Sieht so stumpf aus, echt ey. Hm. Na, er will aber bestimmt genau auf dem Landedings landen, oder? Wahrscheinlich. Ja, fast. Will er uns wieder Geld geben? Alter, eine schöne Waffe. Und hier haben wir auch grad von dir gekommen, so eine. Hm. Also, die hier. Fette. Wenn du willst, kannst du, äh, meine haben. Ich hab noch eine andere im Rucksack. Ne, ne, ich bleib bei der Waffe, ich bin jetzt so der... ...aufsniper. Ach. So, ähm, hast du ein APSI jetzt und ein Radio? Ich hab das nicht, ne. Du musst ja ins Auto setzen. Ja, ähm, ich hol mal noch mal kurz Kohle, dann... ...wehen. Was ist der Falsche? Du hast... ...kein Geld mit Daniel, ne? Ne, ich hab dir alles gegeben. Hm. Ich bin pleite. Ich bin der Ärmste hier auf dem Surfer. Nur das, was ich dann hab. Aufpassen, lass auf der Helikon. Ja, ich seh's. So, der will den verkaufen. Na, muss er wahrscheinlich näher ranfliegen. Ähm, ihr könnt das Auto auch in Schreck fahren, wenn das... ...das Problem... Ne, das stört nicht. Ne, das stört nicht. Das ist aber nicht der, der uns vorhin das Geld gegeben hat. Gelbe Kette, offen. Was heißt, wir fliegen gleich raus? Ich hab keine. Also ist das Auto nicht abschließend, wenn er auch den Schlüssel von euch hat? Wenn wir rausfliegen sollten, ist der automatisch abgeschlossen, wenn wir da reinkommen. Hat er doch nicht verkauft? Ne, irgendwie nicht. Ach, hat ihm zu wenig geboten wahrscheinlich. War er zu wenig. Na, die Dinger kosten dann bestimmt jetzt nicht die Welt, oder? Was? Mit der Helikopter? Ich hab keine Ahnung. Diese Ein-Mann-Dinger. Haben auch irgendeinen rülkigen Namen, haben die glaub ich, ne? Ja. Ja, ähm, Mossi. Ja, genau. Ähm, Radio kann ich dir schon mal kaufen? Ja, ist das sicher. Dann siehst du uns, mein Ding, schon mal. Oh, kannst du meins kaufen? Kaufe ich mir jetzt ein neues? Das ist aber ein Granatwerfer da unten dran, ne? Ja. Hm. Wie viel Zeit ist noch, was gibt's dort? Ne, da holt das Auto jetzt nicht aus der Ding. Weißt du, muss man drücken, damit er das da oben anzeigt? Ähm, Eingabe. Also einfügen. Ah ja. Noch 5 Minuten. 14 Spieler um die Zeit. Ei, 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 ei. Weißt du, wär bestimmt, äh, woanders wegkommen. Nicht hier weg. Ostdeutschland oder so. Hm. Achtung. Nicht da so stehen. Wird beplackt immer. Oh Gott, was kommt da denn angefahren? Alter, was auf, da kommt ein SUV mit voller Karacho an. Jetzt davor ist voll über den Hügel geflogen. Ja. Wie vorhin der Wott liegt, der mich getötet hat. Uh. Bei mir bist du voll in den Kalister reingefahren. Ja. Bin ich auch. In den Tank. Hast du jetzt schon wieder kaputt? Nein, nein, das ist nicht kaputt. Aber ich werd ähm... So... Ist der SUV-Typ noch da? Ja. Ja. Okay, der passt jetzt auch grad in die Garage. Gut. Ähm... Dann packe ich meinen jetzt nämlich... Auch gleich in die Garage. Ich muss nur... Laut... Lock... Sitzt ihr in unserem? Ja. Ich. Nee, ich nicht. Du sitzt da angenuttern. Sicherheitshalber. Ja, so... So richtig. Und jetzt einmal schnell... Traden. Nettel. Brief kill. Ach... Trans-Trading. Big pick. Save. Sell. Nettel. Aufschließen. Lass mal auf, dass der Typ sich jetzt nicht ins Auto... Also nicht reinsetzen, aber... Ähm, dass er jetzt nicht noch ran rennt. So, jetzt geht's wieder. Gut. Ne, jetzt haben wir nämlich genug Geld, um nach dem Restart, äh, das Absicht zu kaufen. So. Mhm. Also, ähm, ich packe jetzt meins in meinen... ...Sack. Dann... ... kaufe ich mir ein neues. So, geht's. So, ein Beifahrer. So, ich hab ihn nicht gehoopt. Wei. Ne? Scheiße, wieso hab ich den Trade jetzt verd... War... Das war das Auto. Hm. Ich hab ihn jetzt auch gesagt. Ja. Das Auto war... Ich kann mal als Beifahrer nicht rufen. Ach. Du kannst wohl rübergreifen und einmal draufdrücken. Haha. Ich hab mir jetzt grad ne Fishing-Route gekauft. Nein, ich glaub nicht gut. So, dann, ähm... Ach so. Milo? Hm. Ja. Ja. So, da ist jetzt... Noch ein Raps. Ja. Habts. Warte, ich packe meins aus in den Aufgrund, weil ich grad meins vercheckt habe. So. Oh, mein Thermometer ist ein kleines bisschen runtergegangen. Unlock SUV. Ähm. Die Autoheizung auf. Der Black Key ist für den, okay. Dann... Oh, ich hab da eine kleine Fliege, die nervt mich grad höllisch. Dann, äh, der SUV ist auf. Dann fahren wir gleich damit durch die Kante. Ich bring nur kurz mein Geld zur Bank. Bank. Rücksegang. Da ist die Bank. Bei den Medik-Typen, ne? Genau. Durch 2-1-0. Deploy. Okay, nächstes Mal könnt ihr mich auch fallen. 10.000 hab ich auf meiner Bank. Okay. So, eine Minute Restart. Wir fallen jetzt schnell mit dem Auto raus. Oh, fuck. In der Trade Zone. Und dann... ...locken wir uns hier hinten... ... gleich... ...aus. So. Oh, der ist noch mit dem Flugzeug unterwegs. Der wird gleich verrecken. Seid ihr alle doch außer? Ja. Wo ist er denn? Ich bin denn nirgendwo. Ist doch egal. Ich hör nur. Wo er landet. Ob er es noch schaffen wird. Wir wissen es nicht. Ja. Ja. Da ist der Heidi... Alter, das Fliegel ist safe. Boah, wenn die jetzt alle offen wären, aber dann haben sich bestimmt schon eine Menge dran vergnügt. Ja, aber vielleicht ist es jetzt genau jetzt der Zeitpunkt, wo sie aufgehen. Aber meine wird nicht aufgehen. Meine auch nicht. Ja. Ja. Er ist auch leer. Außer Rucksäcke sind da drin. Ich sage, er versucht auch sein Glück. Verschlossen. Ja, immer wenn man den Schraubenschüssel dabei hört, geht er nicht auf. Hm. Von hier aus die Mission schon sehen. Verschlossen. Die Frage, wollen wir uns wirklich mit der Mission anlegen wieder? Und mit allen anderen, die da wieder wahrscheinlich sind? Oder warten wir die nächste Mission? Wir dürfen bestimmt auf dieselben, die uns umgebracht haben. Wahrscheinlich. Seht ihr denn schon wieder auf dem Server drauf? Ja, obwohl... Äh... Also der Waschbäer ist nicht mehr da, oder er hat sich umbenannt? Er hat sich umbenannt, ja, aber ich glaube der ist hier nicht. Hat einer noch Schmerzmittel? Nee, leider nicht. Wieso zittert? Ich hab doch vorhin Schmerzmittel genommen. Ich hab vorhin... Aber das coole ist, die Sniper kann man auf, äh, 1400 Zero. Wenn nicht das Wetter noch gut wäre. Ja. Wollte ich auch grad sein, ein bisschen nebelig. Naja, gut. Zittert zwar ein bisschen, aber es geht. Ich weiß, dass das Auto hier keine Reifen mehr hat, dass es abgeschlossen ist. So, wir haben jetzt noch ne Mission, die... Wollen wollt ihr? Wollen wollt ihr? Mir egal. Also die hier sind... Also die hier sind... Leute, ihr müsst schon sagen, wo wir hinwollen. Wir fahren zur Hero. Zur Hero? Okay. Ja. Ja, toll, da wird schon das erste Mal auf uns geflossen. Das wollte ich auch grad sagen, das hat sich gerade nicht so ganz toll angehört. Ne. YOLO und so, wir fahren da jetzt auch noch hin. Haha. Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob es wirklich so schlau ist. Haha. Ach, das überleben wir schon. Kann man eine Base bauen, die versucht dann eine Plattform zu bauen, die in der Luft schwebt. Das ist ja auch voll logisch eigentlich, ne. So was überhaupt nicht funktioniert. Ich sehe, das sieht total beschissen aus. Na, hier noch. Ja. Soll ich mal die physikalische Gegebenheit von Arma 3 angucken dann? Epoch. Da musst du wenigst ein Fundament bauen, damit du wirklich einen 100% geraten Boden hast. Ja. Das fliegt meist dann auch in der Luft, aber was sollst. Wenn die Helis nicht so teuer wären, ey. Ja. So was kostet da einer? Der kleinste? Also der Lidlberg, sagen wir mal. Ähm. Ich glaube der kostet... ... wie 30, 40.000. Ja, das geht aber noch. Ja. Ich muss mal kurz gucken, ob's nicht schlauer wäre von oben. So, das Paradoxe. Ich pese jetzt hier gerade mit 70 Sachen über. Hacke. Ab durch den Schnee. Wir haben natürlich Winterreifen drauf, da sind rutscht man hier auch nicht. Ja. Das ist Standardausrüstung. So von Normalx, Winterreifen, Spikes und Knieketten. Für ganz schwere Fälle haben wir auch einen Anker dabei. Oh, hier steht ein Laster im Busch. Ja, der hat zum Glück keine Reifen mehr, das heißt, der steht schon länger da. Ja. Ja. Sagen wir's so, wir sind jetzt von der Mission gute 600 Meter entfernt. Jetzt ist die Überlegung, wollen wir hier oben das Auto abstellen und runtertingeln? Ja, wär besser. Ich guck jetzt mal, ob der Laster offen ist, ob da irgendwas drin ist, was wir brauchen könnten. Big Red Key, ja, das machen wir nochmal. Und, oh wunder, wir haben jetzt ein Laster, Leute. Warum? Weil da auch Schlüssel von dem Laster in dem Laster war. Vielleicht steht ja da zu lange, dass das automatisch da rein knallt. Wir kommen mit einem Auto und haben gleich zwei. Äh, 4E, 0E. Wie lange bist du schon vorgelaufen? Ein Stückchen, ja. Mal ein bisschen ausspälen. Mal ein bisschen ausspälen. Ich nehme mal jetzt welche. Lecki. Okay. Mal diese Kindergeschreier, ey. Ich sehe da keinen. Nee, du siehst ja keinen. In der Mission da unten. Neblig, oder? Ja. Es geht ein bisschen. Ja, unten im Tal ist es neblig, ja. Ein bisschen, ja. Ist hier aber trotzdem klein. Trotz leichten Wappelkontakt. Gar nicht mehr so weit weg. Ja, es ist irgendwo unten an der Straße. Mhm. Ja, wir können auch die Autos nehmen und runterfahren. Näher. Ja. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Irgendwo da ganz hinten sind. Oh, jetzt sehe ich welche. Das sind NPCs, ne? Sind das? Ja. Da sehe ich sie, ja. Okay, ich sehe sie auch. Ähm, ich glaube, immer wieder so ein bisschen in die Baumkante rein. Weil die nicht ganz so offen sind vielleicht. Siehst du ja nicht, weil die in die Bäume reingerannt sind. Da sind sie. Haben irgendwie in den Wald reingelaufen. Ja, ja. Ja, der Mittelpunkt liegt im Wald leider. Damit wir sie nicht mehr sehen. Eigentlich von hier aus, okay. Auf 400. Ich habe auf jeden Fall keine Einsicht auf die. Also ein Gunner sehe ich. Da sind wahrscheinlich auch verschiedene Gunner. Oh, das ist bestimmt, weil mein Thermometer so weit runtergeht. Das fängt jetzt eigentlich so. Kann sein. Kann sein. Hattest du nicht mehr Warmplosing, dener? Ne. Hat man sowas zum Anliegen? Also ich sehe ein Gunner. Ja. 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 Ich weiß. Ja. 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 Jaa. Ja. 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 Jaa. Also Neciclensk-Tadr. Da müssen wir nur vorsichtig runterfahren. Möglichst nicht viel Gas einfach rollen lassen und langsam. Hat er nicht mehr viel Sprit? Doch doch, aber ich meine, die fahren ja auf dem Gras so schnell, wenn man dann Gas gibt, hab ich immer das Problem, dass... Wenn man hier einfach bergab geht, dann ist man schneller im Baum drin, hab ich das bei mir. Ja, da hätte der LKW jetzt nicht so ein Problem mit. Der hat nur ein Problem mit den Steinen. Ja. Ach, hier ist die ja schon. Katzensprung. Ja, dann könnt ihr nämlich entweder den LKW verkaufen, dann könnt ihr beim Klos kaufen. Was ist nur da? Wollen wir ihn verkaufen oder nicht? Naja... Wollen wir dann... Äh, danke Tex, aber... Wir spielen gerne... Overpog. Wegen den ganzen tollen Waffen. Trotzdem vielen Dank, ich werd mir deinen Server vielleicht irgendwann nochmal angucken. Das muss ich mal gucken. Wenn Overpog zu langweilig ist. Vielen Dank. Lass mich doch mal kurz... Da ist er. Habe ich den verkauft, oder? Ja. Hat mir 27.000 gegeben. Ja. Muss ich jetzt erst den Korall leeren, oder? Wie ist das jetzt hier? Hier ist, äh... Hier können wir diese Warm Klos kaufen. Da kostet eine 27.000. Und... Die Sniper kostet 64. Also... Ist jetzt die Frage, ob man das wirklich braucht. Was meinst du jetzt, was man wirklich braucht? Die warme Klamotten, meinst du jetzt, oder was? Äh... Ja, also das Sniper-Outfit halt davon, was du sagst. Guck mal, mach's. Moment, geh mal ein Stück weg. Wie? Oh, Entschuldigung. Stell den mal hier hin, mach du das mal. Ich seh da nicht durch, wie ich den jetzt loswerden soll. Irgendwas, äh... Der hat mir hier zwar was mit Gold angezeigt, und so, aber das sah so aus, ob der nur volle... Koffer kauft. Ich brauch dann jedenfalls mal, mein Thermometer blinkt, äh, so ne Tüte. Ja, äh, warte, ich überweis dir kurz 27.000. Und... Dann kannst du dir einmal Wurm-Clothes hinkaufen. Dann wüsstest du dich... Diesen Tüse-Anzug. Ja, diesen komischen Schlafanzug da, diesen... Pyjama. Hm... Ab... Milo hat sich umgezogen. Oh so. Milo hast du dein, äh, dein Rucksack, hast du ins Auto gebracht? Hab ich... Nicht ins Auto, hab ich einfach aufm Boden gegangen. Dann brauch ich aber kein, äh... Keine Tüte da kaufen. Ne, brauchst keine Tüte kaufen. Dann kannst du ja einfach... Worm Closing suchen und dann... Muss ich erstmal die Klamotten finden, ja. Ach, Moment. Hier war die gerade. Hier. Gott, dieser Knall... Ist das egal, welche von beiden, oder? Ja, ist egal. Okay. Ich hab mal kurz mein Rucksack und ein paar Sachen... ... übrigens... ... gerade gepackt. So, ähm... ... was ich sehr... Ich hab mal kurz's! Und... ... was ich. Ich hab mal kurz. So, willst du die Banditendinger verkaufen wie die anderen Anzüge? Kann man nur an Hero oder Vendetradern verkaufen oder so. Achso, hab ich im Auto reingepackt. Kann sie aber mitnehmen und dann am Auto liegen lassen. Das empty briefcase lass ich immer stehen, das ist leer, das brauchen wir nicht immer. Braucht jetzt noch einer irgendwie irgendwas? Du hast dein APS? Ich hab eigentlich alles. Der Thermometer steigt wieder. Ja. Du hast auch das womit du vor dem Bauorts geschützt bist. Genau, das hab ich auch schon. Das hast du mir ja vor uns noch vorm Lüßdack gekauft. Ach, das stimmt. Ach, wie schnell mir jetzt wieder warm wird. Ist das wie eine Heizdecke oder was? Ja. Gut, dann bringe ich jetzt das Restgeld auf die Bank und dann fahren wir wieder nach oben. Dann können wir die Mission machen. Dann versuchen wir unser Glück. Warte, ich will noch was ausprobieren. Ja. Kannst du mir noch einmal schnell Schmerzmittel kaufen? Ja klar. Ich zitter immer noch, das ist immer noch nicht vorbei. Ich hab mir nämlich vor uns extra ein Blood Pack gekauft. Weil... So ist einmal schon mal im Auto drin und... So kaufe ich jetzt. So. 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 Schmerzmittel. Und testen. Ja. So ist hier schön. So ist hier schön. So sagst du kein Gezitter mehr? Ja. Schön. Viel besser wenn man... Dann dir nur noch deine Beine ne. Hm? Dann dir nur noch deine Beine. Was mit den Beinen? Ja. Ja. Wegen der Mission. Ganz genau. So. Alle drin? Mhm. So. Also entweder wir fahren nochmal nach da oben oder wir fahren auf dem Berg nebenan. so. 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 Und wo meinte ist besser. Ich glaub von nebenan wär besser nicht da oben wieder hoch. Wo wir da runtergerannt sind hatten wir ja kaum Sicht. Die sind ja auch gleich in den Wald reingerannt. Dann fahren wir hier zu der Army Base. Ich weiß es könnte sein. Ich weiß es nicht ob es... Ähm. Hier bei der Army Base auch diese Stop... Ähm. Wo kommt da jetzt? Hier die Schrauber. Immer diese Helikopter. Für die MV. Ähm. Ähm. Wie heißen die denn diese... Diese... Wie Aliens da? Ihr wisst ja nicht was ich meine oder? Mal noch ne kaputtgegangene Base. Oha. Sie sieht nicht mehr so. Aliens? Aliens? Das kommt jetzt nochmal verrückt. Ähm. Ja soll ich ähm. Ich komm jetzt nicht drauf. Die sind unsichtbar und hauen einen so ziemlich zu Matsch. Ach die laufen hier auch rum oder wat? Ja. Ach ich erinnere mich. Ja das hatte ich mal in irgendeinem Video gesehen. Hier oben in den Eis hier ne? Ja deswegen weiß ich jetzt nicht ob die... Hier gibt es doch irgendwo auch so ne... So ne Art... Tunnel oder... Ja. Das... Das hast du bei Pete's Meek gesehen. Ja das kann sein. Das Bram nämlich nach unten gegangen und wurde von dem Vieh getippt. Genau. Nein 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 nein. Ich bin in keinem Baum gefahren. Ne. Hat auch kein Klack oder nix gemacht. Also... Alles im grünen Bereich. Ja und wir leben aber noch. Das ist das wichtigste daran. Aber nach der Mission noch alle leben müssen. Oh da ist ne Base. Voll Anschwung und dann oben drauf landen. Mhm. Giovanni Mo. Ja es ist gut wenn da unten so ne Rampe wär. Weil die sieht auch kaputt aus von hinten oder sieht das nur so aus. Und ich glaub die haben da nur ne Wand gebaut damit die von hinten besnipert werden. Oh Gott wir sind jetzt schon auf 200 Meter ran. Wir haben die Base hier ja als Schutz. Außer wenn hier jetzt jemand ist und uns abknallt ist was anderes. Lass ja mal einfach mal das Auto vor den vor ihrer Tür abstellen. Oh. Wo steht jetzt das Auto? Nein. Was gelockt ist? Ne ist auch nicht. Sagst du jetzt wird Quad einfach reinfahren wa? Ok jetzt muss ich jetzt... Alter. Das hat ne Windschutzmauer oder was muss man das sein? Das Ding ist... Den tue ich nix. Das Problem ist wir haben jetzt zwei oder drei ähm... Wer wird's? Hanna... Äh Ganna. Drei. 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 Drei oder drei Stück. Ich hätte euch den Schlüssel da lassen sollen schon mal. Na wo seid ihr? Komm noch mal zurück und gib einen von euch. Milo verliert die Verbindung. Echt? Wird jetzt einmal random durchgekickt. Hm. So äh Daniel, ich würde ja immer gerne den Schlüssel für den... Sagen geben. Hm. Mit dem Rucksack. So. Ähm. Ja, ich hoffe Milo kommt gleich wieder. Ich höre den Heli glaube ich schon wieder. Ja. Ich geh mal hier unten. Unter die Bs. Bis er weg ist. Ich schieb mal ein bisschen mehr nach links und hoffe dass ich von da eine andere Einsicht habe. So. Die haben sie echt gut versteckt. Ich muss ja mal. Ja. 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 Okay wir machen die Mischung nicht alleine. Macht die noch jemand? Ja. Und dann ist äh... Unten am Wasser ist die Mosi die wir vorhin gesehen haben. Mhm. So ähm. Daniel hat den Schlüssel fürs Auto. Ich habe ein bisschen mehr nach links verschoben und gucke ob ich von da aus aus sehe aber bin jetzt eigentlich eher so ein bisschen nervös weil hier halt die eine Mosi steht jetzt. Und eine ist noch in der Luft irgendwo. Ja. Ich schworte hier ganz ziemlich. So ein Ganner sehe ich. Habt ihr Einsicht auf irgendwelche anderen? Nee. Bis jetzt auch nicht. Oh. Um washin kommt. Schnell in den Baum hier. Ok jetzt ist die Mosi gelandet. Die ist über uns gelandet. Oder auch nicht. Nee. Die hört sich. Werte ich ja das wieso. Läuft hier irgendwo Musik? Musik? Ja, so ganz leise. Wo sie macht mich hin? Ja, mich auch. So, habt ihr Einsicht noch irgendwelche? Ich hab gesagt nicht. Seht ihr was? Milo, bist du schon direkt da oder er ist am einloggen? Noch am einloggen. Er lädt gerade den Charakterdaten. Von meiner Posi. Oh, die muss ich mit immer lauter. Kommt der jetzt hier irgendwo runter? Noch nochmal. Hey ich. Wir sind da. Hier mal eine Gruppeneinladung schicken. Wo fliegt der hier? Wo geht's? Muss Nico machen. Warte auch schon. So, ich bin nicht der Anführer von der Gruppe. Der ist doch hier genau über uns irgendwo. Ich sicht den nicht. Da oben fliegt er. Das ist so ein kleiner. Ja, ja. So ein Einmahnding mal zum krachen. Der fliegt weg. Okay, äh. Daniel, du musst den glaube ich einladen. Aber ich kann ihn nicht ändern. Hm, guck mal. Mir wird gesagt, ich müsste Anführer der Gruppe sein. Mission habt ihr noch nicht geklärt, ne? Ne, ne. Alter, kommt der jetzt echt wieder? Ja. Hast du gekriegt Einladung? Warte, lass mich mal gucken. Ja. Oh, aber jetzt weiß ich endlich wo ihr abgeblieben seid. Ja, aber die Musi, die macht mich jetzt hier ein bisschen. Ähm, entweder wir warten, die wir nach ne Runde und hoffen, dass wir jetzt nicht aufs Korn genommen werden. Weil, wie gesagt, unten am Wasser steht da auch ne Musi. Also ne Musi. Echt? Und, äh. Ja. Sehe ich so. Und. Hoffen, dass wir die dann polen oder wir fangen an zu schießen. Und dann ihre lauten Waffen und sind dann... Was war das? Hm? Was war was? Bei mir war es grad Tag im Zimmer. Jetzt wieder dunkel oder was? Ja, entschuldigen. Äh, ich hab mich grad erschreckt. Ich glaub, hier bricht grad voll das Gewitter los. Das könnte sein. Ja, definitiv. Ey. Okay, jetzt, äh, wie machen wir es? Jetzt. Also von meiner Position hat hab ich noch nichts gesehen. Ja, das ist so. Wo soll denn der, der, die Mieden, oder das Ding ins Kirchen da stehen? Da kleine? Wo genau am Wasser? Ähm, weißt du, wo meine Position ist? Und dann direkt runter zum Wasser. Da steht's mir her, ja. Links von der Baselwasser. Links von der Baselwasser. Da steht's mir her, ja. Die war vorhin noch nicht da. Aber ich seh auch keine, keine Zombies da unten, also. So anders da keiner ist. Ja. Ey, wir machen die einfach fertig. Ich seh auch momentan kein NPC. Und Chris, no fun. Ist kein NPC, ich seh also den, 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 den Gunner seh ich und. Den Gunner hab ich auch noch nicht einmal gesehen. Und also der ist auf Position, ähm, 028, 058. Dort steht er auf der Straße, genau am Strich zum Übergang. So, ah, jetzt seh ich welche. Ja, ich glaub hier kann ich mich auch hinlegen, hab weißen Untergrund. Ich sitze mit meinem weißen Pyjama in einer grünen Tanne. So, wie sich das gehört. Äh, wartet. Was startet da gerade? Wird ja das. Nicht, dass der Kleine da jetzt startet. Hier unten ist es nicht. Wird sich irgendwie Chessner-mäßigen, defekte Leute machen. Ne, ist okay. Okay. Downpuck. Okay, wenn ihr loslegen wollt, sagt Bescheid, dann mach ich den Gunner weg. Und wir hoffen, dass die NPCs dann durchdrehen, wenn ihr was seht. Hm. Na, ich hab drei. Noch ne Position zu finden. Nämlich. In der Nähe der Kiste, oder nicht? Die sind in der Nähe von der Kiste, ja. Ähm, bei mir sind sie... Die laufen um die Kiste immer im Waldrand rum. Ne, bei mir sind sie da oben weiter. Wo die umgestützten Bäume sind, wo der Streicher oder so da ist. Hm. Oh ja, jetzt seh ich da hinten auch einen. Seht ihr da, wo der Yui im Wald steht? Dort rennen die auch mit rum. Hm. Ich würde sagen, mach den Gunner. Okay. Wir versuchen unser Glück. Achtung. Fertig. Oh, jetzt seh ich keiner mehr. Los. Yike. Oh, ich war doch nicht den Zombie jetzt einfach, oder? Sie haben mich gesehen. Das ist hier Schneezommys, dann die jetzt hier oben kommen. Ich hoffe nicht, dass die hier kommen, weil wir eigentlich in der... ...mischten Zone sind. Da kommt... Sag ich doch, da kommt die Scheiß noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt aber schnell. Ja, oh Gott, oh Gott. Ach, ich bin der hier. Oh mein Gott, oh Gott. Wo ist das Drecktsding? Er sieht die Spionnetschen wieder aus. oh nein doch ein zombie er kam hier von oben da ist noch ein unser glück dass die gerade da lang kommt ich muss leiser machen unser glück dass die im gerade lang geflogen ist das stimmt als wenn da unten ist jemand ist oder so einer gestorben hatte was geht denn da ab da sind welche oder nicht ja doch das ist definitiv bei mir hochgeschossen also auf jeden fall müssen jemand von der straße gekommen sein genau den gunner in die hände gelaufen sollen ich bin fast tot noch ein schuss und ich bin tot ich weiß wo da keiner steht auch an der straße ja genau auf der anderen seite vom knick wie also der eine steht und der rechts vom knick ist aber noch nur zum glück mehr eins von den hasenfleischtingern was im auto lag in der tipp war wieder blind die müssen alle unten in dem wald sein die werden zu schenken so richtung nach oben verrücken ich sehe ein der zur richtung zu euch läuft aber jetzt habe ich außer sicht verloren wenn ich gleich wieder sehe versuche ihn abzuschießen jetzt sehe ich ihn wieder der hat sich hingelegt er hat von hinten geschossen ah er ist umgefallen ist von hinten geschossen ja von oberhalb vom berg oh alter ich bin tot aber ich war doch hier so weit oben wir wurden auch von oben beschossen hinter mir also da wo ich gestorben bin da war noch mindestens über mir mindestens drei vier leute ich habe das Gefühl dass auch hinter mir einer war aber so weit oben wir haben alle gleichzeitig auch mit geschossen ja das ist ich glaub der mossi ist 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 nach oben gekommen obwohl du wurds ja nicht vom spiel da getötet ne von vier leuten erschossen wir haben gleichzeitig auch mit geschossen also das war auf jeden fall die ich muss hier über eine brücke wo nur eine bahn normalerweise fährt die Mission ist da ich muss aber da hoch in dem berg ich muss aber da hoch in dem berg die sind im werk hochbekommen komplett schon also ich bin jetzt im berg ganz oben ich hoffe so sehr dass das dass ich sie zuerst sehe und ich sehe mich zuerst radikal sie sehen ein sind haben sofort perfekte visierung auf ein und ballern einfach nur los es kommt das weg würde ich sagen wir mal den aimbot und rolleck und keine ahnung was die einzigsten sachen die ich bekannteste schon gelernt jeder der messer ist die du hatten ein bot und rolleck so wenn jetzt immer hinter mir war dann müsste ich den ja jetzt auch von hinten kommen rein theoretisch rein theoretisch bin ich gleich tot auszusehen aber nicht jetzt bist du ja die hast schon einladung geschickt geht ja gar nicht aber noch kein radio mehr genau ich muss das nur das ist einzigste was 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 mich wirklich nervt hier man sich nicht aussuchen kann mit radios ja vom gerät hätten sie morgen rein machen können nur nicht ja jetzt ist cool wenn ich von der anderen seite drauf gucken könnte weißt du ich bin gerade am überlegen ob ich den berg runter renne bis ans wasser runter und auf der anderen seite den berg wieder hoch renne weißt du dass ich sie einmal flankiere aber von unten ich glaub da hab ich den nachteil weil die ja von oben runterschießen gut ich wenns ich ja ich sch ich auch genau mit der mitte check hat auf sitzt der sniper und rock unter oben was ist passiert wollte über die zu anderen insel überlaufen oder das ist 107 das ist arm wieso machen die sowas ganz ehrlich diese waffe gehört verboten besteht mit nirgendwo mal eine platte abgeschaut jetzt genau auf derselben insel so dass ich diesmal bei diesen old von himmel bin oder wie das da heißt ok sie böhler sehen oder was ich wundert es heute ist hier keiner keine zombies auch nö fängt das auch noch wieder an fällt die ki dann wenigstens auch um das weiß ich ehrlich gesagt nicht ob die auch umfeld sonst bin ich ja so ziemlich im poppest wenn ich hier oben jetzt gleich umfälle ja wenn du offen willst auf jeden fall ja ich hab waffenwarten gefunden hier oben wir gehen mal in einer rein ich bring da alles gleich mach mal so ned die türen zu mein bestes ok ich hab die zumblze da gehört aber Ja, super. Ich habe keine vernünftige Waffe. Oh, jetzt komm endlich. Ich will nicht ewig hocken. Mit welchem Umkreis du spawnen, Zombies? Umkreis? Ja. Ich kann auch genau neben dir spawnen. Okay, das ist nicht bei mir. Wir haben so ein Häuschen und warten darauf, dass diese Scheiße anfängt. Das einzig Gute ist, dass ein Glowout gleich ist, habe ich Glück, dass der Zombie wahrscheinlich einstirbt. Das wäre gut. Am besten wäre auch die NPCs. Okay, ich sehe da wen laufen. Ich sehe da wen laufen. Was ist jetzt passiert? Entweder habe ich mir jetzt beim Tür aufmachen die Beine gebrochen, weil ich ihm liegen die Tür aufgemacht habe. Ja. Ach, nö! Das war ein Spieler, das war kein und keine KI. Aber ich habe ja mehr für mich. Der KI rennt nicht so schnurstracks. Nee, die laufen zickzack und dann wieder langsam und wieder schnell. Jetzt höre ich keinen Ton. Wie übel ist das denn? Und war die Ding schon gewesen? Ja, kommt noch. Als hättest du Mac gekriegt, wenn das gewesen wäre. Na, weil ich gerade bewusstlos war. Jetzt auch nicht. Jetzt müsste es vielleicht kommen, ne? Jetzt fängt es. Ich verstecke mich mal in der Dusche. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Natürlich auch Schwarzbild. Ich habe keinen Schaden. Oh, komm jetzt wieder. Oh, jetzt. Oh, kein Schaden genug. Ich habe keinen Schaden genug. Ich habe keinen Schaden genug. Los, steh auf hier und nicht rumriegeln. Oh, 000. So. Oh, wir salads Bombers tray. Oh, wir hier nominated. Oh, wir nehmen uns noch mal zum Schaden. Oh, wir machen. Ich finde es hier zwar Waffen aber leider keine Muni dazu. Das ist schade. Wo ist die? Ich gucke mal ob die KI sich schon wieder nach unten verzogen hat. Den spiel habe ich jetzt leider aus den Augen verloren. Den hast du ihn auch weggeratzt. Also er hatte auf jeden Fall ein Bandit-Sniper-Outfit an. KI hatte meines Erachtens nur Camo an. Ja die hatten wirklich nur Camo an. Ich weiß das wird definitiv ein Spieler. Ja. 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 Die sind wieder runter gekommen. Ja. Ja. Ja, da fällt er runter runter. Ich bin runtergerutscht von so einer Kante. Keiner Selbstmord. Ich bin nämlich im Zaum vor so einer Brücke hängen geblieben und er ist da der Kante raus und runtergerutscht. Jetzt startet hier die Mosi wieder. Ich glaube, ich bin an dem Stein, wo normalerweise meine Leiche liegen müsste. Ah ne, hier ist er. Da muss ich noch die Zombies abhängen. Wo ist die Mosi hin? Ich bin jetzt ganz oben im Norden. Das muss ich jetzt mal weg. Ich bin jetzt überhaupt keiner Kui mehr laufen. Da muss ich jetzt überhaupt keine Kui mehr laufen. da sind sie ja wirklich alle draufgegangen ich habe eben ja gerade noch welche laufen sehen 24 6 driver ist beim der kopf genau das stimmt Also die Patrouillen haben sich wieder nach oben verzogen. Ja, kommt er mir im Auto? Kann es schlecht sein. Oder Flugzeug? War das ein Flugzeug? Ja, ist er ein Flugzeug. Eieiei, ich wollte mich doch gerade hier umziehen. Okay. Haben sie sich gekriegt? Das wäre ein Spieler, der da ganz oben auf dem Hang lief. Weil er halt lag und ruhig war und sich nicht aufgesetzt hat und so. Voll für'n Arsch. Voll für'n Arsch. Voll für'n Arsch. Aber dann ist die übelst weit in einem Berg hochgerannt. Die ist fast an dem Panzerwrack gewesen. Okay, ich bin wieder im Spiel. Ich hab meine Klamotten wieder, meine Waffe alles. Ich weiß nicht, wo meine ich nicht. Du musst mich zwar mit ein paar Zombies rumschlagen. Also wenn du irgendwann Munition brauchst, äh, in meiner Leiche liegt doch noch 4 oder 5 Magazine. Ich hab's jetzt gerade die Mission war da gewesen. Ich hab's jetzt gerade die Mission war da gewesen. So. Bei mir fliegen nur Helikopter rum, äh. Ich bin jetzt wieder ganz im Norden oben bei dem Bandit Raider. Was zum Kotzen gehört. Laufen. Sterben. Mohnen. Ich seh' hier echt keinen. Keinen mehr. Mohnen. 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 ich gehe jetzt erstmal durch die häusern sie haben leider kein panzer fragt richtig weit oben auf dem berg da wo wir vorher gesessen haben um von dort zu snipen und ist so ein statisches panzer frack das habe ich da habe ich halt einer chance also zumindest war ich der meinung ich hätte ihn erschossen gefallen ist jetzt echt hier so wie wachst hier das sind so viel zu viele kann ich schon gar nicht mehr zählen ganz schön viele sind das hier noch kein wunder wenn da so ein kugelhagel hier die berge hochkommt wir können auch die mission einfach abbrechen und wenn wir den autoschlüssel haben und vielleicht noch das absich von deiner leiche wenn mal bei dir näher gestorben ist und geht es ja jetzt wollen wir alle richtung eine rutsche wieder erschossen aber das ist auch sehr schön was finde ich zum kotzen als 50 im 107 sind genauso wie die chat viel zu wenn man dem spiel nicht zu suchen ja die rennen jetzt wieder in den wald rein außer ich glaube sie dann sind sie okay alle alles weil ich den so aufgefallen woher ich glaube ich bin so Arbel nichts ich habe es ich bin so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter höher. Toll. Der stand genau vor mir. Ich habe in der ganzen Handwaffenmagazin in den Kopf geschossen. Der dreht sich um und schießt mir mit einem Schuss in den Kopf. Ich gehe jetzt irgendwas stimmt hier nicht mit dem Sucker. Das war... Entweder liegt es daran, dass die bessere Pings haben wie wir. Weil da war so eine Baracke, die war komplett zu. Ich mache die Tür auf, da sitzt einer im weißen Anzug vor mir. Ich schieße mit voller Kanne mit einem ganzen Magazin in den Kopf rein. Er braucht sich nur umdrehen. Du gib mir eine Kugel und das war's. Haben wir wirklich so derbses E-Sync mäßig? Weil... Wer hat dich erschossen? Habe ich jetzt nicht so schnell genug lesen können. War ja dann 280 Kling, ne? Eigentlich solltest du ihn erschießen können, nicht ehrlich? Ja. Normalerweise. Wenn es gerecht wäre. Wenn es gerecht wäre, wenn es gerecht wäre, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, 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 nein. Warum nein, nein, nein? Der Wotnick-Quatzke ist hier. Oh, der ist hier schon wieder. Wenn wir von denen hier schon genug hatten. Ja. Das ist der Pinner. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, du kleines... ...pisskind. Ja, hier war das nicht... ...eindeutig nicht... ...mitte hier. ...mitte hier. War nicht schon irgendjemanden hier getötet? Nein. Ich ja. Mh, nein. Also, ein Bot gerade. Ich glaube, ein Spieler habe ich getötetet. Stand der jetzt Combat Locker? Nur mal so. Bei dir jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, bleib bei euch. Also, ich habe nicht... Ich war nicht mehr im Kampf. Ja. Ich bin nur vom Auto weggerannt. Ich lasse mich doch nicht platt fahren. Ich lasse mich doch nicht platt fahren, ganz ehrlich. Das ist doch armselig. Weil sie versuchen einen auf so eine armselige Weise echt umzubringen. Ja. Ich will mir jetzt noch mal was zu trinken, dann locke ich mich gleich da ein. Ja. Aber das war doch gerade eben. Au. Naja. Ja. Aber das ist echt dauernd, Dave. Immer hätte ich von irgendeinem mit einem Schuss umgebracht. Echt zum Kotzen. Ja. Ich fand das aber gerade so richtig stumpf. Mach die Tür auf, steht so ein weißer Typ vor einem. Mhm. Bahn. Bitz der Schei. Wie läuft es bei dir, Daniel? Ich such gerade meine Leiche nochmal, weil ich nämlich den Autoschlüssel vergessen habe. Nein. Ich finde die jetzt nicht. Ab zum Auto und dann abflog. Sieht alles so gleich aus. Na, ich muss meine Leiche nochmal finden. Ich renne hier schnell den Berg ab. Auf und ab hier. Auf und nie. Mal wieder. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Da ist die Mission. So weit drüben war ich doch eigentlich auch nicht. Ich glaube da oben. Ah ja, ich habe es gefunden. Oh, bin ich dumm. So, Kollege. Was? Ich habe gar keinen Autoschlüssel. Aber ich auch nicht. Also ich kann ihn nicht haben. Wirklich. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Okay, ich bin da. Moment mal. Für mich ist es ... ich kann mir schon denken ich hatte hier irgendwo mein rucksack abgelegt in der schräge habe mich umgezogen im warmen anzug an und konnte dann aber die waffe die den schlüssel vergessen den rucksack nicht mehr aufheben das könnte sein dass sie den rucksack gelegt hatte den konnte ich einfach nicht mal anvisieren was ich frage mich wovon das jetzt wieder war einfach ein stück hier rüber und den nächsten baum ist seine waffe bei den rucksack jetzt sind wir an doch den peil seiner dran gemacht na gut der schlüssel könnte trotzdem weg selber in rucksack abgelegt haben und die schießen da unten anscheinend ist da jetzt jemand anders der liga beschießt ich hatte das mal wenn sie unten an dem wald erreichen wo ich sie nicht mehr sehe oder ja das ist scheiße da rennen ja auch noch raus da rennen ja auch noch raus aus wie an so mit dort es sind eigentlich zu viele und der schlüssel finde ich jetzt nicht mehr was soll ich dann jetzt hier sonst machen was nen scheiß außer sterben und versuchen ein paar mitzunehmen ok jetzt alle wieder im wald reingerannt und den habe ich getötet und ich bin jetzt auch tot ne bewusstlos erst mal jetzt bin ich tot alter wie genau schießen das ist als wenn einer das hat sich angehört als wenn er neben mir steht wissen und mich erschießt brauche ich nicht nicht dass hier einer das kriegen wir früh genug mit fängt tot ich muss gerade den wegpunkt suchen wie weit habt ihr es noch bis zum trainer 2000 würde ich sagen versuchen wir uns erst mal alles zu finden und dann gucken wir nach sachen was wir suchen und allem möglichen kram kann das schlubbrenn zu bauen das jeweils gebaut hier auf dem zu also es ist aber wirklich verwirrend weil wenn du da rein rein den du immer wieder zurückkommst okay das ist natürlich sehr gut wie ein labyrinth helikopter seid ihr unter mir ja dann kommen wir runter dann von der antenne aus genau genau jetzt einfach runter bei der ich musste mein auto aber jetzt das stehen lassen das kann ja wiederholen ach dass ich ranhängen können an der mieter nicht ranhängen einladen weiter auf dich geschossen das kam von 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 links gerade von dir flieg mal noch ein stück was ist das denn das ist was das ist was ganz großes die kreide auf die kreide die zerträger also heute 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 und wo das ist ein anderer hier wieder auf den schießt zum anderen hier ist es doch nicht andere hier die vorab so eine sau oder flog noch ein kleiner grad neben mir vielleicht unter den jetzt unter beschuss ich weiß nicht muss ich jetzt verbinden ich muss mich kurz verbinden weiter das war der schießt immer noch um mich das war jetzt gerade mal ich bleife irgendwie wieder zurück vielleicht kriegen wir ihn ok oder auch nicht ich habe keine monizung mit so einer schweiß ich habe noch eine andere so erinnert wenn er runter herkommen würde es hat sich erst angehört als würde da von unten schießen und nicht von oben weil ich den Heli gar nicht gehört habe ja ich habe den Heli aber nicht gehört da haben wir den überhört dank Daniel weil sein Heli etwas lauter war ich hoffe es ja mal nicht aber wo seid ihr ähm wir sind bei hier von Olten da oben ok das dauert nicht bis ich oben bin aber wir treffen uns ok 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 rennen wir da jetzt weiter hin oh der schießt immer noch um mich hast du es geschafft Daniel? ne der schießt immer noch hinter mir ich flieg schon flach echt echt schlimm hab ich gerade mal ganz flott meine Aufnahmetaste gedrückt und dann passiert doch nicht soviel hör auf mich zu beballern oh ist er da wieder getroffen? ja sonst geh ich runter und steig aus ja warte mal da möchte ich aber wie radikal die dann auch einen da runter holen wollen das ist echt schlimm ich versuch mal was anderes ich hätte erst gedacht dass da einer auf dem Boden ist und auf ihn schießen würde aber dachte ich auch erst einmal weiter kommt wieder was zurück zurück Daniel? doch nicht eigentlich lande ich jetzt beim könnte sich eben sagen ich habe gerade angehört als wir den Heli kommen ähm da kommt doch einer da oben ja da schießt er immer noch geh ich schneller runter ich bin gleich in der Safe jetzt wirst du wo du bist ne in der Safe Zone ist hier eigentlich ja deswegen bist du schon beim Trailer? eigentlich sollte dir da nichts passieren ja jetzt wirklich Trailer City ich habe ein Fahrrad ich bin unterwegs ab auf dem Drahtesel ja geht am schnellsten 6km habe ich landet der hier? ja wahrscheinlich jetzt meckert er dich an warum landest du hier? ne der fliegt überall noch über mir ja der warte jetzt so lange bis du da irgendwann mal wieder raus gehst ne der kommt runter ja dass man ihn da nicht mit einer Faust zusammenhauen kann oder so Arschgesicht da muss er aber in meinem Heli drin bleiben sonst kann er mir den wegnehmen ja stimmt du kannst ihn nicht abschließen ne ne ja ich hab ja gefunden und du findest sowas da oben ne der Arsch da naja wir sehen ihn hier nicht hm los ab wir rennen so schnell wie unsere Füße uns tragen können was will der jetzt? was will der jetzt? ich weiß nicht bei dir einsteigen und warten wahrscheinlich der in den Tarnanzug oh du findest ein Auto und es ist kein Benzin drin na oh evil oh hier wird geschossen tja die können leider nicht mit meinem wegfliegen hehehe weil ich am Steuersitz der ist echt mal hier reingegangen ne ne noch nicht weg fest warte noch jetzt fliegt er weg wir könnten rein theoretisch auf ihn schießen ne der ist es nicht der steht hier neben mir das ist ein Black Hawk der mich beschossen hat achso achso dann lassen wir den noch in Ruhe der da jetzt wegfliegt ja repariert er jetzt mein Heli? achso achso das ist jetzt die Entschuldigung dass er endlich angeschossen hat aus Versehen der andere auch hat deinen Namen gelesen und hat gesagt so ja jetzt muss ich mich entschuldigen ja guck mir ja so leid das ist ja hier wie brennt Alter wo kommt die ganzen Horde der jetzt weg ist aber noch nicht rein da musst du ja noch ein bisschen mehr anstrengen was warst du beim Business treffen Milo ja klar alles mitunterarmst ich höre die da nicht warte mal warte mal ich das Angebot war zu verlocken bisschen lauter muss ich jetzt noch machen jetzt startet er wieder mit seinem Black Hawk ich werde aber nicht starten solange ihr in der Nähe seid das können wir sowieso nicht schießen Alter da muss man hinter uns gucken da kommen immer mehr ich warte hier einfach auf euch ich glaube da habe ich die ganze Halle mitgenommen die da in der Versandung hat 5 Anzugsträger ey was gehts da es sind nicht nur 5 es sind wieder 7 oder 8 jetzt fliegt er weg ok da vorne kommen noch mehr vor uns warum haben die denn alle den Anzug so weit an heute irgendwie so ein Feiertag heute ist Gentleman Day schade habe ich meinen Anzug vergessen ok ok kann sein dass sie vielleicht ein paar Waffen hier in ein Heli reingepackt haben das habe ich jetzt vorher nicht geguckt ob die vorher schon drin waren da sind jetzt immer ein paar Waffen drin repariert haben sie in Heli jedenfalls nicht haben die da echt jetzt Waffen reingepackt ja ist ein Heli drunter jedenfalls lol und wer ist jetzt hier gelandet ich kann mir hier auch nicht umgucken jetzt können uns die Zombies dann jetzt mal anhaben wie weit seid ihr noch vom Trailer entfernt wir sind jetzt drin wenn du wenn du alt drückst kannst du dich umgucken ok warte mal ach ja ach ne das ist der andere Heli ok ok also du bist jetzt netter in den kleinen oder in den großen in der Mi in der Mi bin ich was hast du denn da jetzt noch drin wollen wir doch mal im checken kannst du einsteigen ne ich brauche ja nicht einsteigen ne ich brauche ja nicht einsteigen aber der andere Heli ist noch da oben ne der Blackhawk ja 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 aber das ist voll nett der hat mir da so ein paar DMR Munition reingemacht das finde ich mhm kann ich mir gleich mal ein paar einsagen ach ich habe zwar kein richtiges Visier für die Waffe aber das ist ich müsste eigentlich jetzt noch mal zu meinem LKW hinkommen oder wir machen das oh ich muss noch an so viel Basen jetzt vorbei Kangel wenn du ne DMR haben willst ist jetzt eine drin echt im Hubschrauber mit 10 Mark DMR Magazin oh mein Menü geht immer wieder zu es steht einer zu nahe dran muss halt aussteigen und dann so gucken aber der fliegt bei mir her ok äh Moment DMR Fakt die SPR 25 die ist ähm steig mal ein Meinung Beispiel ist ja gut ich komme ja schon jetzt nicht also DMR habe ich sehe ich hier nur Magazine aber keine Waffe die M110 kannst du nehmen oder die SPR oder die M1 SE Tarn die können wir aber auch verkaufen ich kann mein Auto rausholen ist ne Idee was ist denn jetzt ich habe auch noch eine AS50 bei mir im Wagen irgendwas ah das ist das ist noch cooler kann ist einer bist du schon Hero aufpassen da hinten versucht so ein Blackhawk da hinten irgendwas abzubonnern da hat jemand getötet ich glaube wegfliegen können wir vergessen ach wat fliegen ist alles gehen wir schon hin soll ich mal fliegen du ja kannst du ja gleich mal frage ich den Typen seh ich den Typen mal zeigen was ein Hacker ist ähm so ich habe mir jetzt doch die M110 erstmal genommen weil ich steck mal im Auto weil die Waffe die ich hatte die war mehr die war mehr die Nahkampf aber guck mal hier what the fuck hast du mich jetzt erschreckt mit deinem Kostüm alter ich bin der Fahrer auch pass auf der will jetzt gleich ähm hier einsteigen äh die richtige DMR aus dem Auto holen Meilo sitzt du jetzt da dran ja klar ne boah kann der mal weggehen aber wenn du jetzt aber wenn du jetzt startest wie gesagt dann schießt er dich gleich ab ja das ist mir klar außer er ist auf dem Boden dann sollten wir solltest du direkt warte mal hier na sag du was oder mach du erstmal was der ist ausgestiegen einer wieso zählt der auf uns bringt der jetzt schon wieder Waffen zu uns im Hedi oder was keine Ahnung ne der ist nicht gelandet das schreibt jetzt Daniel LP mhm mhm hi 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 so ich bin jetzt auch da was hat er geschrieben auf englisch was hat er geschrieben auf englisch wir kriechen hier auf dem Boden rum weiß ich nicht Simon ja das bin ich übrigens ich verkleide mich nicht ich verkleide mich nicht ich verkleide mich nicht ich hab die M110 okay wir müssen jetzt irgendwie zu unserem LKW kommen ähm ähm wir können das jetzt ja so machen ich kaufe uns gleich ein erst mal wer wurde getötet ähm Nase erzähl hast du noch ein Radio hast du noch ein Radio also hast du noch das Radio oder ach ja warte ich muss mal kurz steh zu nah an euch dran äh jo ich hab alles noch okay dann gut dann hol ich kurz Geld von der Bank und kauf drei Radios ich hab ich hab ähm achso du hast gar keins mehr weil eins kann ich noch holen ich hab nur 30.000 in der Hand aber das interessiert mich nicht dass er mit der Karre wegfährt ja das machen sie doch jetzt das machen sie jetzt mit Absicht ein bisschen Aufmerksamkeit erhalten so wo haben wir das dann kann ich auch selbst ein Fahrer kann nachladen betet meine Kinder betet meine Kinder das sind deine Graskinder aber ey das muss ich ich muss nur gucken wo er das Funkgerät hingetan hat vielleicht ein Rucksack vielleicht ist das hier so schlau ne nein gar nix ich hab jetzt 27.000 ausgegeben äh und ich hab nix Außer es liegt auf Wohin oh irgendwer hat mir ein paar Dollar gegeben also nicht viel ich hatte ja schon ich hatte ja schon 2.200 1.000 glaube ich etwas über 1.000 ja was ist meine Mi willst du da haben? kostet eine Milliarde das ist die das ist die äh die DanielP Mi extra günstig ohne Schlüssel mit der war ich gerade auf Tour bevor ich mich beschossen habe mich ärgern jetzt mal ein bisschen kurz ähm hello ihr hattet jetzt noch keine also ich hab kein Radio wenn du das jetzt meinst da geht jetzt Benzinflöten okay das ist blöd weil der mich mit Englisch anquatscht ich kann nämlich kein Englisch das ist ja ich also ich kann nur zu wenig die kann Deutsch die kann Deutsch die kann Deutsch aber da geht jetzt das Benzinflöten ich hab jetzt ein Glas abgebaut ein Glas? ja ja also sobald Glas halt kaputt ist ähm geht Benzin runter wie Öl ist bei mir warte mal hier beim Heli ist doch hier an der Seite haben sie voll weggeschossen ja der Motor ist kaputt und die Engine ist ein bisschen also der Motor ist rot und die Engine ist orange der war komplett heil gewesen voll getan geht ja gut los hier auf Napf so wer möchte sonst gehen wir mal hier alle rein und jemand kriegt mein Radio dann kann ich mir ein anderes Radio kaufen hier in der Hand kannst du hier ja in den Heli reinpacken weil da hier sitz ich zum Beispiel gerade drin ich packe euch die Radios gleich bei nicht komm ich auch mal zum Heli was hab ich schon eine Waffe dabei noch? oh hier liegt ne Scheibe ja ja die hab ich hingelegt das ist die von denen wollen die die nicht mehr? vielleicht haben die die gekauft achso du sitzt im Heli wer sitzt von euch im Heli? ich sitz im Heli gut ähm ich leg mal mein Radio ins Inventar passt der jetzt auf die Scheibe hier auf oder? warte warte ich leg euch auch mal ich hab hier noch ganz viele Radios ich hab jetzt äh also wir müssten jetzt genügend Radios haben sagen wir so so ich hab mir jetzt ein Radio genommen so jetzt hab ich mir jetzt genommen eins weichtet eure Sünden wieder ins Inventar ok Blackhawk haut ab ja ja der geht schon in Stellung ja ja der geht schon in Stellung so ähm blub ist noch ein Radio drin hat doch eins kann ich das nehmen ja ne? ähm ok hab ich schon ok oder nicht? also du hast ähm ähm äh ist ein Radio? ich hab ja ich hab jetzt auch eins ja seid ihr sicher dass ihr fliegen wollt? au das überleben wir schon naja dann wär's besser wenn der seinen Hork nochmal ausmacht und wir einen kleinen Vorsprung kriegen ja gerade ist ja auch die Mi braucht ein bisschen zu lange umzustarten also Meilo du musst dann ich mein letztendlich kann ich dir ja schon mal sagen ähm wo das wo der Ding steht achso dann ja dann was wie dein Laster oder äh ja wie steht der denn? der steht du musst zu äh du siehst dort den Hero-Teiler ne? dann gehst du rechts bis du lesen tust Romos ja genau und dann siehst du die helle Straße ne? ein Stück über Romos da wo der Knick ist ja da genau da ähm wobei du den Heli anmachen kannst ähm und aussteigen also abspringen ja ja das können wir aber aber das steckt ja ein anderer vielleicht ein aber jetzt ist er aus der Hawk ja aber die alle außen rum aber unser braucht aber unser braucht länger ne? ja hauptsächlich sitzen wir alle drinnen? sitzt du am Gunner jetzt oder was? ja ja oh ich sitz hier in der Mitte okay du sitzt du sitzt noch in der Mie drin Daniel oder? ja ja hinter dir so in der Mitte okay ja Necro sitzt da im Heli also im äh äh im Blackhawk ja ja im Blackhawk ach so deswegen können sie nicht noch nicht mal aussteigen deswegen können sie nicht wegfliegen oder was? ne die haben das Auto abgeschlossen ich kann noch nicht mal raus das ist natürlich scheiße aber das wäre für uns die Gelegenheit jetzt schnell naja ich hab jetzt den Pilot zieht also dann können die jetzt nicht mehr schießen auch wenn sie fliegen wenn du am Gunner sitzt wir ahnen das ist eigentlich mit dem Jui hier kommt dann her keine Ahnung schieß den Gunner einfach leer ne Fragezeichen also hier bin ich kein Hero aber ich hab äh auf dem Yaris Server bin ich Hero okay also ich bin ja auch kein Hero mehr das ist schon lange vorbei dafür kommt so viele doofe Spiele vorbei so wie sieht das jetzt aus verziehen wir uns hier jetzt oder? ja ich denke wir versuchen es oder? so sind alle drin? ich hab bei denen grad eben was geschrieben ich hoffe die sind jetzt bei uns alle drin oder? ne ne ich komm jetzt Reco du bist bei uns drin ne? ja ich bin drin ähm du kannst so ich auch cool du kannst generell mitspielen schon aber ich heute geht es jetzt gerade nicht sonst generell liebend gerne ja du kannst auf den Server hinterher kommen und auf dem Server spielen und das ist überhaupt kein Problem heute aber direkt im TS geht heute nicht das können wir gerne morgen oder wann anders mal machen scheiße also eigentlich wollten sie uns einen Vorsprung lassen die werden uns gleich so was wir werden ja alle sterben ne ne die wollten uns einen Vorsprung haben ja und was für einen Vorsprung denn? aber ehrlich war da kann er gleich losballern ich mein die Mi ist zwar jetzt nicht die langsamste aber aber ja what oh oh landen ja super das Ding geht aus warum geht das doofe Ding aus? SOS warum ist die Maschine von alleine ausgegangen alter? ich bin jetzt nur 70 Sekunden also ich bin noch bewusstlos nicht gestorben hat jemand noch Verbände für mich? ne der Blackhawk ist down gegangen ja ich kann hat jemand Verbände für mich? kann ich ich kann dich dann gleich auch verbinden wenn meiner das mal machen würde mach mal bitte schnell also die ist mitten im Flug ausgegangen also die ist mitten im Flug ausgegangen deswegen sinkt die die auf einmal ja weil der Motor kaputt geschossen hat bist du der neben mir ist? ja ja genau warte äh der Blackhawk ist auch runter gegangen? na gut da müssen wir zu der Position der Blackhawk ist auch runter gegangen müssen wir zu der Position irgendwie sehen wie wir dahin kommen er liegt hier auf dem Boden wer ist tot? ne ich bin nicht tot ich bin nur noch bewusstlos also ich bin bewusstlos hast du auch noch was zu verbinden dann verbinde ich ihn hier also wir wissen Freak ist heute Sibon äh Doms und Socks sollten wir definitiv muss ich ihn auch verbinden? ok ja ja der liegt hier unten ok ich weiß ja nicht wo du jetzt siehst du das ist wer ist das hier das hier ist ja genau das kannst du verbinden ich sehe aus wie ein ganz normales Survivor mit einem Large Gunback mhm der Yui ist aber noch in der Luft ne? mhm der hat mich weggeholt jetzt sitzt der ballert jetzt habe ich natürlich keinen Ton oh er ballert gut ich versuche in die Nähe wieder zu kommen er schießt auf uns äh und er ist weg oh ich kann die Mie noch speichern wo kann ich mich aufstehen wo ist er denn? ich muss mal den Ton wieder lauter machen höre ich ja jetzt gar nichts mehr haben die ja echt so Lust und Laune dran ja das ist äh wie aufm Napf äh aufm Namalik Serval ist ja furchtbar wir ergeben uns hallo wir ergeben uns alles klar Leute hier kommen Zombies wir müssen jetzt erstmal verschwinden ja gewollert ich renne in die Feuerwehr rein er ist abgestützt ne? Kann das sein? habe ich ihn runter geholt? ja jetzt werde ich abschießen komm mal jetzt ballern wir die ab wer läuft hier? das bin ich das bin ich das bin ich das bin ich jetzt hat mich wieder ein Zombie geholt ich habe immer so farben wie der Hell aber wer ist der Priester? wer ist der Priester? ich bin das das ist Daniel aber wir müssen uns unbedingt immer mal in so einer Gruppe einladen sind die drauf gegangen oder sind die nicht da mit drauf gegangen? aber kommen die an, ich habe keine Todesmüllung keine Todesmüllung aber die liegen da die liegen die sind bewusstlos die liegen da rum und sind bewusstlos los 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 ja wir laufen hin und wollen die mal ein bisschen zu nah eigentlich angehen so Arna ist tot Redneck ist tot ist noch einer ja haben sie sich mit den falschen Leuten angelegt ganz einfach ich bin tot ich bin tot ich bin tot nee ich bin bewusst ich bin tot der ist dahinten wo woh 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 ich hab null Ton ich habe auch keinen Ton ja habt ihr keine Bloodbags, gar nichts nee gar nix ja das ist blöd ne das ist halt ähm wo ist der denn hinten wo ist der denn oh das ist immer meine abgestürzt da hinten wo ist der denn genau da sag mal an jetzt Bei dem Blackhawk da oben irgendwo Also von der Blackhawk Nase Da oben Ach Zombies Das geht doch mal woanders spielen Ich bin Fahrer Ich schmecke nicht Boah Nico, wo bist du? Du bist aber auch nicht so weit weg Alter Ich wurde jetzt irgendwo von irgendwo erschossen Der ist da oben bei dem Baum Ja, ich weiß Vielleicht kann ich noch die letzte Ölung geben Mal sehen Die letzte Ölung Er schießt auf meinen Baum Habe ich noch Schmerzmittel bei mir? Taufe dich auf den Namen Headshot Ja Kann nicht wahr sein Wir haben so einen scheiß Helikopterabstoß überlebt Aber gegen die Verreckenmüll wieder oder was? So Wo bin ich denn jetzt? Der läuft da oben Jetzt sehe ich ihn gerade nicht Neues Glück Neuer Versuch Wo bist du? So Sind nur zwei Kilometer Die ich laufen muss Ach Quatsch Ich habe noch ein Fahrrad Was los hier? Warum laufen? Geht noch wesentlich schneller Ja Ja, ich meine Da haben sie sich jetzt letztendlich So eine scheiß Position ausgesucht Um uns da mehr oder weniger zu überfallen Das stimmt Weil du spawnst immer hier oben Oh ne, ich bin Oh, ein gutes Stück weit weg Hm Ne, 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 ne Bin ich gar nicht Es ist doch in der Nähe von Lenzburg, ne? Und dir sicher bist, dass da keiner mehr ist Ja, in der Nähe von Lenz Ähm Könntest du die Bücher Die Radios einsammeln Wo will das Fahrrad mit mir hin? Meinst du mich jetzt? Ja Ja, die Aber da Ne, ne, da ist da noch einer Der schießt ja noch Der Ich kümmere dich da drum Ja, der rennt ja immer hin und her Wie so ein Hase Ja, kann er ja auch Dann schießt er wieder mal auf meinen Baum Ach, auf deinen Baum Der heilige Baum Er will einfach nicht die letzte Ölung haben Aber Ich werde mal Der wird genauso denken wie ich Ne, der rennt noch da hinten Hm, okay, warte mal Ich muss mal gucken Er wird wahrscheinlich versuchen nachher zu looten Okay, okay, okay Ich renne mal hier rüber zu den Häusern Die anderen werden genau da Spawnen, wo wir auch spawnen Also sie sind auch nicht weit weg Von daher, da müssen wir dann auch gleich aufpassen Okay, ich habe nur drei Wunsch Dann los geht's So Weiß nicht, ich habe keinen Pakt mit den Zombies geschlossen Immer hauen sie mich Ignorier Die Zombies Lauf einfach weiter Versuche ich immer, wenn es so viele sind So, tausend Meter noch Ich habe so unruhscht gefühlt, dass er jetzt auch zu der Reise hier runtergerannt ist 3,9 Wo bist du denn gespawnt? Am Arsch der Welt anscheinend Am Arsch der Welt Okay So weit, also ich komme eigentlich von einem guten Punkt aus Schneller als die Zombies mein Fahrrad aufbauen Wir gucken noch in so ein Haus rein Ob ich vielleicht noch was Besseres zum Und dann geschieht es denn noch fleißig auf dich? Ne, ne, ich versuche den jetzt zu umrunden oder so Ach so Aber Qualm tut da nichts mehr, ne? Ne Ich hoffe mal, der hat mich nicht gesehen Denken viele, dabei haben sie ihn immer gesehen Saugeil eine DMR mit einem guten Visier gefunden Dann können wir ja loslegen Ähm, wo ist der Blackhawk? Der ist nebene Industriegebäude runtergegangen 900 Meter von der Trailer entfernt Ah, okay, da sind wir Okay Okay Ist doch einfach nur so Stumpf, wie ich da einfach runtergegangen ist Ich habe alles versucht, die scheiß Faschine hochzukriegen Mir ist auf einmal starten auf Kuh Autofahrt im Arsch Irgendwie ganz komisch Ich musste starten mit Kuh Was ich sonst nie getan habe Ja, ja, ich musste den Handy um mit dem Controller anders Aber das war wieder die leichte Variante Ja, ja, ich musste es aber gleich mal wieder umstellen Ja, nicht im Zeitjet So Okay So, jetzt müsste ich den noch eigentlich Ähm Ich bin jetzt da, wo die Abschlussstellen sind Mit dem Fahrrad fahre ich da rum Und schießt noch einer auf dich? Ne, 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 ne Ich lache nur Zammis rum Der ist bestimmt nach hinten rum abgehauen Der war da oben bei dem dicken Baum, weißt du Gerade, also von der Heli-Schnauze Den Baum da oben Der rechts, direkt daneben oder was? Genau, genau. Er hat von hinten auf dich geschossen. Dabei sah das aber aus, als wenn du von vorne geschossen wurdest. Kann mir jemand eine genaue Koordinate sagen, wo ich jetzt genau hin muss? Da sehe ich aber keinen mehr bei dem Baum da oben. Na, ich habe da immer einfach Zufallsprinzip mal hochgeschossen. Ja, einer liegt hier auf jeden Fall. Normaler Survivor. Das könnte auch ich gewesen sein. Nee, der hatte, der hatte, der hatte... 50, 53 Coins hatte der dabei. Der hatte einen Geely-Anzug. Das könnte ich gewesen sein. Den ich meine. Also ich hatte eine SVD dabei. Oh na, Tommy, nicht jetzt. Die kommen immer zum falschen Zeitpunkt, die scheiß Küche. Vielleicht drei Stück. Also noch hat keiner auf mich geschossen. Ich schieße nur auf die Zombies. Entweder versucht er mich jetzt auch irgendwie... Oder er hat sich verpisst zur Trader City. Aber ich sehe den... Er hat auch seine Leute. Ich sehe den nicht mehr. Sind wir vor dieser... Dieser... Diesen Kran runtergekommen oder danach? Wenn nur diese gestapelten Betonröhren sind... Oh, oh, er schießt noch auf mich. Ja, ja. Er schießt noch auf mich. Von rechts? Er sieht mich nicht. Ah, ich bin tot. Ja, von dem... Oder Blackhawk... Rechts schräg hoch, so. Ein ganzes stückiges Dach. Also ist er immer noch in der Nähe von... Ja, der wollte... Wer ist hier? Von euch? Na, ich bin jetzt gerade... Keiner. Ich laufe... Ja, die ist echt gut. Kann natürlich auch sein, dass ich voll in die falsche Richtung laufe. Und zu der falschen Scheune mit dem roten Dach rennen. Oder zum falschen Baum. Na, wenn die rechts... Wenn die rechts vorm Blackhawk ist, dann ist das die richtige. Ja, 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 ja. Aber jetzt bin ich dann halt aus diesem... Der Wald ist jetzt vorbei, aber... Ich darf nicht lachen. Da müsste jetzt so... Erst ein kleiner, ein kleiner, heller Busch sein. Ja, na, ja, gut. Und von dem schräg, ein bisschen schräg links, ist dann der etwas größere. Okay. Also deine Beschreibungen sind episch gerade, wirklich. Und wenn da irgendwo ein schwarzer Pfaffen liegt, dann bin ich das. Ja, 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 das ist ja... Das ist recht auffällig. Aber ich bin jetzt schon an dem nächsten Haus, was hinter dem... Ja, 1,1,2 Kilometer noch, dann bin ich auch da. Super. Echt die merkwürdigsten Bauten fahre ich hier vorbei. Was, wie Malen nach Zahlen? Malen nach Zahlen. Oh. Oh, ein Kilometer noch. Ja, ja, ja. Also wenn jetzt... Wenn jetzt einen ankommen, siehst du mit so einem Offroder? Ja, ja. Der Koyota heißt. Damit ich das so gräulich... Geht auch noch auf den Dings drauf, klar. Ja, Koyota. Ja, wobei, solange wie du jetzt hier schon liegst, ähm... Liegt ja der schwarze Mache gar nicht mehr rum. Bist du dein Kopf ein Skelett sein? Ja, dann müsste ein Skelett sein, ja. Dann ist es noch ein bisschen schwieriger zu finden. Jetzt bin ich bei der Safe Zone vorbei. Ah shit, warum hab ich nachgeladen? Ist der da noch und schießt da noch? Also ich hör Schüsse, ich hör Schüsse, Leute. Echt jetzt? Oh Gott, ich werd sterben. Ich seh die Kuppel, also ich bin doch voll weit weg eigentlich. Kann jetzt eigentlich nicht stimmen. Ich bin doch über 3,5 Kilometer entfernen. Da vorne jetzt echt ein Zaun, wo keine Lücke ist, oder was? Oh Mann, muss ich außen rumfahren. Ich muss meine Sounds mal lauter machen, ich hör gar nichts. Hab ich vor uns auch gedacht. Steigst du Auto ein, musst du wieder leiser machen, steigst du wieder aus. Oh, das muss ich ja lauter machen. Wir haben noch 5 Minuten. Also jetzt müssen wir damit Schlüssel bringen, aber was sag ich. Der Eingelagert? Nee, der steht frei, ne? Pinky. Oh Mann. Ich geh auf jeden Fall mal zur Scheune zurück, ne? Weil, keine Ahnung, welchen Busch die ich meinst. Okay, wer fährt hier? Wer fährt hier? Wer fährt hier? Ich, 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 ich. Ich seh dich. Ich seh dich recht, 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 recht. Ja, ja. Das meinst du doch hier, ne? Ja, ja, Moment. Ich muss mir erstmal orientieren. Ja, ja, hier recht viel. Ja, ja, ich muss jetzt mal den Black Hawk gucken. Okay. Boah, schon wieder ein Zaun, was soll das denn? So. Dann bin ich genau. Wo ist die Necke? Da, wo ich hier rumlaufe, du müsstest mich ja sehen. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt bist du hier voll. Oh, fuck, jetzt muss ich voll wenden. Dann bin ich hier lang. Ich hab eigentlich nur den einen gelootet und nicht den anderen. Der andere hätte bestimmt auch noch Geld dafür. Ja, ja, hier bin ich lang. Ja, wenn du so wenig Blut hast. Alter Schwede, was ist das denn hier für ein Zaun? Hier hoch. Blut ist eine Kugel, ich bin tot. Moment mal, war das? Ach, nee, 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 nee. Du fährst jetzt zum Black Hawk zurück. Nee, nee, ja, ist richtig. Ich bin hier. Ich bin mitten auf dem kleinen Feld, was eingezäunt ist und ich komme da nicht mit dem Fahrrad raus. Das kann doch nicht wahr sein. Hier. Der hier. Hier ist er. Ach so, ja gut. Das ist ja der verkehrte Wald. Hier, der braune hier. Und der war jetzt ganz links, wa? Nee, nee, er ist auf der Weg. Er ist halt vor der Scheune. Vor der Scheune? Weit vor der Scheune. Nicht hinter der Scheune. Ach, was ist das hier denn? Dieser Zaun muss doch irgendwo ein Loch haben. Das kann doch nicht angehen. Die Sau hat meine Leiche versenkt. Ich nehme ich keine mehr. Da müsste ein Totenkopf sein. Ich wollte nämlich zu dem großen Baum da drüben, wollte ich rüberlaufen. Okay. Und bin quasi aus dem Wald drauf. Pass auf, ich bringe Samis mit. Ja, ja. Und bin aus dem Wald rausgekommen und da hat er mich beschossen und dann habe ich mich hier hintergeschmissen. Habt ihr geschossen? Nein. Bist du irgendwo in so einer Scheune oder sowas? Und hast auf jede Kugel Angst. Mal einsteigen. Ja, eigentlich müsste ich da liegen bei dem Braune. Braune. Ja, aber ich sehe schon. Ne, er hat dich geheilt. Ja. Warte, hat mich versenkt. Oder was kann man denn nicht machen? Oder warte mal, ich sehe. Wie kann man dich nicht versenken? Warte mal, ich sehe hier noch was. Kurz mal überprüfen. Ich würde dich beim Lachen in dem Wald nicht gegen den Baum gefahren, ey. Ach, nee, das war bloß irgendein Grashalm. Ihr müsst, ihr müsst nach dem... Irgendwelche Gläser haben jetzt aus dem Auto aus so gelegen, als ob es ein Totenkopf wäre. Ich schieße. Naja. Ich schieße, keine Ahnung. Ach, hier bin ich doch. Ach, hast du dich gefunden? Ja, richtig von Kram unter dem... Unter dem Busch hier. Ja, es ist doch fast doch tiefer. So, der Schlüssel habe ich noch. Ja, dann nimm ihn dir schnell, weil der Server resetet gleich. Ja. Vorsicht, Zombie, Zombie, Zombie. Der hat hier gerade 1000 Tone. Ja, kannst du immer? Bleib da unten, bleib da unten. Okay, Leute, zwei Minuten. Ich logge mich schon mal aus. Ich weiß noch mal, warum ich mich auslogge. Ja, doch nicht jetzt bluten. Leg neben. Na, kommt die ganzen Zombies her. Die letzte Verband, der, die habe ich gerade mitgeschleppt aus der kleinen Hausung da. Aus der Scheune. Ich blute zwar, aber ein bisschen halte ich auch aus. Okay, Server reset in einer Minute. Aber gut, dann steige ich mal hier vom Fahrrad. Ach so. Oh, ich kann im Kampf nicht ausloggen. Hau ab, Zombie. Dreck, Zombie. Und einmal ausloggen. Oh, schnell verändern. Können Sie sich nicht im Kampf ausloggen? Ich habe doch überhaupt nicht gekämpft. Ich war auf dem Fahrrad. Ja, bist du irgendwo gegen gefahren? Ja, wie ein Baum. So, kurz raus, bis der Server wieder da ist. Ach ja, der hat die M110 rausgenommen und hat seine Waffe mehr. Äh, hat, ne, keine Waffe hinterlassen. Die hatte ich ja schon. Das ist aber echt interessante Wegweise, Daniel. Ja, ne? Ja, wie soll ich das denn sonst beschreiben? Warum der ein Baum werden will? Ich muss das denn, aber so ungefähr hatte ich doch recht, oder nicht? Ja, na, die Scheune war zu viel. Also, ich muss warten. Nö, nö, nur 300 Meter. Der Ruder-Torrad? Ja. Na, die Räder am Arsch. Weißt du, dass der selbst Motorrad fährt? Deswegen ist das so wie, äh, Fahrrad mit Hexenschreck oder sowas. Oder wie immer das Hühnerschreck nennt man das ja, ne? Den Motorrad. Oh, jetzt höre ich genau. Oh, das Bestes hab ich nicht gefunden. Warst du? Das Bestes hab ich nicht gefunden. What the fuck, wie langsam bist du denn, Alter? Du bist ja schneller mit dem Fahrrad unterwegs. Na ja. Ach komm, ich erlöse dich von deinem Leiden. 28 fahre ich. Das ist ja überschallgeschwindig, Alter. Alter, der Zombie rennt ja schon fast schneller als du. Okay, dann kauf ich uns nen Pick-up und wir fahren da einfach mal hin und gucken, oder? Motorrad gleich verkaufen. Warte, noch nicht kaufen. Versuch mal, das zu verkaufen. Dein heiliges Motorrad, oder was? Na ja, ist nicht mehr das jüngste, aber es geht doch noch. Das ist der Server von Firecook Gaming mit dem Motorrad. Ich kann den gar nicht ansprechen. Ich auch nicht. So, wie. Nigro, da musst du vorher aufsteigen auf dem Motorrad, sonst. Verkaufst du's? Ich verkauf's gerade, ja. Ach, muss man gar nicht aufsteigen? Wenn ich gerade drauf gesessen hab, dann geht das eigentlich nicht. Ach, kann ich für dich nicht. Aber wenn's klappt dann. Nee, geht für dich nicht. Ach, Entschuldigung. Du hätt' ich gewusst, dass du... Äh, dann machst du das, hast du dich drauf gesetzt? Ja, ja, ich muss schnell. Seid ihr mit dem Auto hier gefahren? Ja. Ja, ich denk auch. Boah, ich frag... Ich frag... Ich schreib kurz was in... Beim... Beim... Team. Und gleich. Wie ist der ansprechbar? Ja. Ähm... Glas... 70... Ähm... 50... Also... Leuten... Leuten... Da hin. Ja. Ja. Was baust du da raus, Daniel? Hä? Moppet kann ich nicht verkaufen. Neue Glasscheibe hab ich noch gehabt. Aber ich wollte eigentlich... Geht nicht. Weil das Moppet im Arsch ist, kann ich nicht verkaufen. Welche hat er denn jetzt? Welche hat er denn jetzt? Ja, die Räder sind fast... Im Kackerleter... Bereich. Wollen wir mit dem... Äh... 2,2 mit? Ja klar. Ich kauf jetzt 6 Stück, dann könnt ihr jede welche haben. Ich hab nämlich keine mehr durch Zombie-Gewalt. Ich hab noch genug. Okay. Dann kannst du 3 haben und ich krieg 3. 1,2 mit. Oh Mann. Das nervt mich, dass das immer so ein... Hey, laufen, schießen, töten, laufen, schießen, töten. Das ist... Ja, weil die einfach nicht... 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 Wir haben wahrscheinlich alles, die Typen. Machen sich da jetzt einen Spaß raus. Ja, den ist sonst unweilig. Ja, dann sollen sie rumlaufen, damit sie auch eine Kugel in den Kopf kriegen können. Ganz einfach. Nicht fliegen. Ist wieder genauso, als wenn die hier mal platt fahren würde. Einfach nur stumpf und macht doch auch keinen Spaß. Genau. Oh, das ist ja schon bei Bestand hier. Ich möchte lieben einige Leute nachlemmen sehen. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben oben. Ich bin hier oben oben. hier ja ich muss nur gucken war nicht so für dich war für mich und ich gehe jetzt aber schnell verkaufen und dann eigentlich wollte ich jetzt mir das zeug wegpacken aber verkauft ist und kaufe ich uns lieber auto mit schlüsseln vernünftiges dann können wir nämlich das so gesehen wenn wir eine stelle haben das auto da zum beispiel einmal stehen lassen weil ich einer kann ja so gesehen mit dem anderen auto mitfahren dann haben wir das als mit fahrgelegenheit und das auto zum beispiel mit schlüssel an der einstelle wo wir bauen wollen so gesehen als kleiner safe so gesehen er kann auch ein safe mitnehmen also ich kann auch aus meinem auto rausholen das eingebaut ist das wäre natürlich auch nicht verkehrt dann nehme ich ein safe mit und wir fahren mit dem pickup weil dann waren wir uns ein auto obwohl ihr habt ja kein auto mehr nur den laster den wir mal eingepackt haben aber das ist glaube ich dann nicht für hier oder wir könnten zwar da hinten mal bei meiner leiche gucken aber ich denke mal schlüssel ach nee war ja reset gewesen genau ne dann ist euer laster ja eh oder ist der in der garage gewesen der war in der garage dann könnt ihr ihn rausholen der war abgeschlossen das ist kein problem meiner war auch abgeschlossen ich krieg jedes mal stand der stand der steht weißt du wir kamen noch gar nicht dazu den abzuholen sie hat den wagen doch auch von einem anderen server nee das war ja auf diesen server hier da hatte ich ja den mtv dann hier ist eine dmr drinnen super könnt euch auch mal ein blut draus nehmen und essen und so ist ja gut so erst mal die wofe rein blut essen alles könnt ihr euch immer daraus nehmen das bauzeug holen wir dann wenn wir einen platz gefunden haben denke ich mal nach ja auf jeden fall alles gleich mitnehmen da kommt ihr wieder mit dem helion nähen uns nieder es kommt ein auto also wie hoch wie laut hast du die lautstärke gehauen dass du das immer hörst es ist mein headz hat aber das fährt glaube ich in der stadt trinkt aber weiter geht so ganz ran ich habe gar keinen ich habe gar keinen rucksack hast du an dem rucksack dranbleiben das habe ich ja ein large stand weg ist noch drin da kannst du rausnehmen ich habe mich nämlich wo ich mich vorne umgezogen habe war der clean rucksack immer auf wie ich den abgelegt habe war der weg ja das passiert leider so wirklich ganz viel weg laufen da was geht nicht wenn du zu nahe kommst kann ich nicht in meinen rucksack kommen ach so nach meinem bau hier reingucken der ist leer ach so ich steck schon mal hier ein ich nein das wäre stumm wenn du da bist gut ich wollte gerade sagen nicht ins auto steigen jetzt oh gott dann pack dich mit in die garage dann wäre ich jetzt in der garage ne ich weiß nicht was dann passiert aber es hätte lustig werden können dann müsstest du erst wieder mich irgendwo aus der garage holen dann würde ich mit dabei sein also steht das immer bei dem sport sie sind noch in der garage ja wurden noch nicht ausgelöst wollen sie das auto rausholen mit daniel oder 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 das wäre stumpf wenn das gehen würde das ist ja lustig ja heißt das ist lustig ja heißt das lustige der ist in der garage ja wir nehmen das auto was ihr habt oder wollen wir jetzt wie gesagt neues auto ja hier müsste dann einer immer oben auf dem hinten da stehen hast du denn ja ok ja ne dann kaufen wir jetzt ein vernünftiges auto lassen wir das auto stehen verkaufen können wir das hier aber oben hast du den safe damit ja den safe habe ich im rucksack ok so dann kommt das mal auf die wiese hier steht ein schild dran könnt ihr mitnehmen ja ja jetzt fühle ich mich wieder wohl dem rucksack das schöne was wenn die jetzt noch irgendwo mit wenn wir los fahren ein heli ankommt dann gleich anhalten ich muss raus springen dann werde ich die auch runter holen wir haben jetzt ein mtv bzw ein utility truck da gebe ich jetzt einmal kurz hier ihr den schlüssel gleich rein und nicht hinauf gemacht habe also ich gebe euch den schlüssel ist jetzt eigentlich egal wer den schlüssel gebe green key an den schlüssel nicht rein seid ihr alle drin ja ja jetzt ist der grüne schlüssel drinnen der ist für das auto ja gut dann ja gut dann ich nehme ich ihn oder willst du ihn haben dann nehmen ne behalte ich das kurz mein restgeld packe ich schnell auf die bank weil ich fahr den hier mal weg den laster ja 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 wir haben noch 18 minuten dann ach so dann kommt so ne kette oder was ach so dann kommt so ne kette oder was ne das wir haben das das noch nicht ein restart ist also könnt einfach fahren müsste eigentlich funktionieren außer irgendwer fängt hier schon wieder an zu hacken war es hier lang hier war das lang ja wo fahren wir jetzt hin nach säven nach säven nicht nach leupsch nee sucht jemand ein team, peng ist er tot da ist sein team hat sich gefunden vielleicht hat er gerade Hilfe gebraucht und deswegen sucht er ein team das A-Team A-Team? naja, die helfen doch, oder? den schwachen A-Team und wo ist sie jetzt? wie bitte? bist du hinten drauf, oder wo bist du? ja, ich bin hinten drin ja, hat Angst vorne erschossen zu werden ne, ich konnte nicht mal vorne einstehen doch, du saß doch erst vorne hier zwischen uns in der Mitte ah, okay oder hast Platzangst? ne ne, eigentlich nicht warte mal wartet mal ah ne, das war ein Stein, ich dachte das wäre in der Kiste die 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 Es ist er neu gespawken, jetzt kann er nochmal nachfragen. Das tut nichts. Gestern haben wir auch zwei Leute im Stream gefragt gehabt, ob wir nicht zusammen spielen wollen. Wie gesagt, muss ich erst noch mit meinen Leuten klären. Die hatten schon Eliswollende. Nur zum Abknallen, das E-Team. So einen Bulli haben wir nicht, Daniel, das kannst du nicht so sagen. 15 Minuten. Ja, geht schon. Wir sind in 800 Metern sind wir da. Also wir sind schon in Seeleve. Es gibt eigentlich so eine kleine Burg. Und bei... Ähm... Leute, da stand ein Fahrrad auf der Straße. Die Homburg, da könnte man... Weil ich glaube, die ist wahrscheinlich schon zugegeben. Da oben ist schon gebaut. Ja, okay. Da brauchen wir nicht mehr hin. Okay, dann sollten wir vielleicht mal gucken, wo wir sonst noch... Vielleicht auf den nächsten Zipfel, dass wir... Äh, bei... ...Selties Hafen... Mal gucken. Da bei Seltie Hafen wollen wir mal hinfahren. Ja. Oh, fahren wir da. Das ist ja schon wieder erschossen worden, da. Ja, das kommt davon, weil das Team so... Okay, die erste Stelle schon mal. Nein. Nein. Oh, wie ich das Fahrrad immer verfehle. Ja. Dabei will ich das noch nicht endlich anfahren, aber wie treffe ich das nicht? Bei mir bist du drüber gefahren. Nee, ich nicht. Allerdings fällst du bei mir in der Wand, äh... Bei mir ist er knapp vorbei. Bis neben die Straßen. Ich habe heute aber auch wieder eine Scheiß-Ping. Dafür aber 30 FPS. Dann gerade Truck, wait. Ist er hier bei uns gesporen? Ja, kann ja kurz... Warte, warte, lass mich mal raus. Da kommt einer. Und er ist ein Zombie. Das ist ja auch einer, ne? Ja, beeil dich, sonst kommst du noch nicht mehr mit. Pass auf, der Zombie kommt auf dich zu. Pass auf, ist der Franzose, der hat besonders einen Hammer. Also... ...V-Schlag. Die Franzose. Noch ein Zombie. Hinten kommt noch ein Zombie. Ja, gut, du hast geschossen. Schnell hin, damit wir auch sterben. Ja, ihr könnt ruhig weiterfahren. Wo bist du? Ah, okay. Soll ich mal hoben? Ah, kann schon mal hoben. Er hinten kommt da. Oder ist das auch ein Zombie? Ne, das ist eine Person. Hinter ihm. Da läuft ein Zombie. Oder? Ja, doch, das ist eine Person. Zombies, sie würden mit der Arme nicht so schwenken. Sag einfach rein jetzt. Oh, du kannst. Hey. Hi. Hi, Grain. Und eben in den Stink-Shats schreiben. Oder reden. In diesen Gruppen. Hm. Oder immer. Und wir gehen. Ganz gut. Hätte nicht weit laufen müssen bis zum Auto. Wie geht's so? Nicht zugehört. Gut, gut. Ganz gut, ganz gut. Ihr seid zwei? Nein, drei. Ich kann gerade nicht reden. Es sind drei, es sind drei. Fahren. Ja, wir sind zwei verschiedene Teams mit sechs Leuten jeweils ungefähr. Wut? Warum suchst du so ein Team? Äh, ich hab das so gefragt, weil oft Leute alleine spielen. Und ich helf gern Leuten. Nicht so, wo wollen wir jetzt genau? Ja, dann schnapp dir mal die Blackhawk Gang. Oder wie sie sich auch nennt. Dann mach mal die Trader-Camper-Platt. Hier ist ein Trader eigentlich? Oder ist hier keiner? Nee, na. Hier ist kein Trader. Ich kann gerade immer noch nicht sehen, wo ich bin auf dem Markt. Oh, der Ene-Zommi hat gerade richtig geknackt über den Uweifarm. Aber wollen wir hier bauen? Das ist eigentlich auch ziemlich offensichtlich, ne? Ja. Irgendwie schon, ja. Okay, was machen wir? Wir gucken uns um. Warte mal, ich fahr mal woanders hin. Ach, bleib ich vor sich hin. Warte mal, ich glaub ich hab was gefunden. Mal gucken, mal gucken. Also wenn da jetzt, äh, dein Kumpel ist ja anscheinend beim HeroTrader, dann, äh, möchtest du da hin, dann schmeiß ich dich jetzt raus und fahren dich zum Pick-Up zurück, dann kannst du mit dem Pick-Up zum HeroTrader tingeln. Ne, ne, also wenn ihr mich zu ner Trader-City bringt, reicht das vollkommen aus. Das wollen wir ja gar nicht. Ne, wir wollen nicht zum Trader zurück, wir würden dich jetzt hier bei dem Pick-Up, der funktioniert, dem sind wir vorhin auch schon gefahren. Wollen wir dich kurz rauslassen, dann. Ach so, okay. Bin ich jetzt richtig abgebogen? Ne, ne, ne. Ja, weißt du, wer mein Freund ist? Dann war die andere Sprache. Na, 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 haben wir gestern, haben wir gestern, haben wir gestern schon gespielt, ach, ich hab Chefkoch erschossen, stimmt. Ja. Wo war denn jetzt der Scheiß-Pick-Up? Der war sehr, sehr traurig. Der war, die, er hätt's gerade aus müssen. Das passiert. Das passiert, Mann. Das ist richtig. Wir wollen jetzt auf dem Pick-Up. Aber wenn du jetzt zurückfährst, ruchst du links dann. Du musst gerade ausfahren, Leute, und dann... Lass mich raten, Schockst und seine Leute. Ja, mach ich doch. Oder war das hier? Was? Das ist schon richtig. Ach, ist doch richtig. Schockst und seine Leute. Genau. Genau. Ja, das sind Spasten. Wir führen einen totalen Krieg gegen die. Also, es sind hier mittlerweile vier große Gruppen auf dem Server, die alle gegen Schockst kämpfen. Na dann, na dann. Dazu gehören meine auch. Und zwei sehr große Clans. Ja, dazu lass ich Freunde rückmachen. Hi, Stoni. Boah, der Pick-Up müsste funktionieren. Boah, der Pick-Up müsste funktionieren. Boah, der Pick-Up müsste funktionieren. Darf er nicht. Ciao. Ja. Ähm, du ziehst 02 auf und füllst auf 2 Milliliter mit Wasser auf. Soll ich dir helfen? Wär's jetzt wirklich irgendwie so'n Bambi gewesen, wär's okay gewesen mit dem zu spielen. Er hat jetzt geschrieben, kein Fool. Haben wir hier noch den leeren Kanister drinnen, ne? Nee. Scheiße, sein drauf. Muss halt noch... Jetzt schreibt er warten. Soll ich zurückfahren? Nee, verweite. Warte! Wow. Er hat ja hier unten gesehen, dass hier industrial Dinger sind, da kann er hinlaufen. Ist doch eh gleich Dings, ne. Genau. Er hat einen Meter und der Fuhl ist alle. Am Hafen ist die Scheiße, dann fahr doch hin, dann lauf doch hin, jeder Gang, was schankt, mein Freund, ab geht's. Ja, so viel wie wir heute schon laufen mussten. Und wie ist es in Leipzig, Stoni? Hier hatte ich gedacht, aber das ist auch nicht so oft, auch zu groß, denke ich mal. Obwohl das Haus wäre cool. Ja, das habe ich auch so gedacht. Also das eine dürften wir nicht zubauen, das hier vorne, weil da Waffen drin ist geworden. Aber das da vorne, hier. Und das ist schon umzäunt alles, das ist das Coole ja da dran. Da muss man zwar dann nochmal umzäunen, weil durch diesen... Wirklich. Stoni, wirklich. Oh Gott. Oh Gott, schei, schei. Ich bin wieder drin. Dieses Dreckszeug von Stoni. Pass auf hinter dir. Leo, pass auf. Fahre ein Stück vor, dann kannst du hier ein Platt machen. Nein, nein, nein. Ach, da wollte er schon wieder hauen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Määä, komm, määä. Das Haus wäre echt nicht verkehrt. Will dein Hirn. Wir könnten hier so gesehen die Zäune zumachen, dann kann hier keiner rein. Ja, und vorne brauchst du so ein Garagentor. Und wir haben unten, um den Bargen, haben wir schön Industrie. Genau. So, Zäune, komm. Wir kommen, nicht auf, nicht lange warten, sondern herkommen. Von Stoni an euch auch einen schönen, sehr schönen Abend. Wie ist die gerade? Ja, Zombie. Ich hab gerade auf einen Zombie geschossen. Wüsstest du gerne, ob ich mit der Waffe da hinten treffe? Wir spawnen aber auch Waffen drin, aber eigentlich spawnen ja überall Waffen drin. Ja, ja, das kann man aber ruhig nehmen hier. Ich bin echt dafür, ich schließe mal den Laster ab. Ja, ich mag auch das Häuschen. Ach, sehr cool. Was? Am Hafen läuft einer. Läuft. Na, wer läuft da wohl? Ja, hat er sich jetzt Bandit-Klamotten angezogen. Dafür kann ich nichts. Ach, hast du ihn jetzt erschossen, oder was? Nee, ich hab ein Zombie erschossen, der neben ihm war. Ich hab mich leider ein bisschen verschätzt. Weiß nicht, wo er langläuft. Was ist denn eine Waffe hast du denn? Äh, so eine... Wie soll er laut sein? Schlechtere Bauern-Sniper. Und die ist so laut? K-A-irgendwas heißt die. K-A-R-E. Was ist denn denn hin? Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Ähm, Leute, ich bin mal ganz kurz bei meinem allergischen Meerschweinchen. Es ist ja in wie vielen Minuten das Restart? In zwei Minuten, wir können uns eigentlich auslocken. Ja, gut, dann logge ich mich jetzt aus. Hast du abgeschlüsseln, LKW? Ja, ja, der LKW ist abgeschlossen und gespeichert. Lieber im Haus, wa? Kurze Pause, der Server restartet jetzt gleich. Es gibt jetzt noch eine Musik auf die Ohren, und dann sehen wir uns nachher wieder. Geh jetzt weg! Wo ist der Typ abgeblieben? Ich weiß gleich noch ganz andere Dinge. Du schläfst heute hier, das weißt du, ne? Boah! Sorry, Leute. Das war gerade eine Fügung, dass ich meine Aufnahmetaste gedrückt habe. Kann das sein? So, Junge, lass uns mal gucken. Warte mal, falscher Chat. So, Junge, lass uns mal gucken, wie wir so für dich als Farber einen Untersatz finden, damit du hier vom Hof kommst. Little Bird ist da hinten. Wo? Ja, in der Richtung, wo ich jetzt hin gucke. Hier, der Computer kann jetzt auch Daisy schicken. Vielen Dank fürs Followern. Vielen lieben Dank. Das hat mir ja gerade den Rest gegeben mit dem... Oh, Gott. Oh, ich hab jetzt gerade ehrlich... Also, pass auf, wir machen jetzt ein Spiel. Ja? Also, ich zähle von 10 bis 5 rückwärts. Dann zählst du von 5 bis 1 runter. In halben Schritten. Und wenn du da nicht weg bist und ich dich noch sehen kann und hören kann, erschießt dich die anderen. Guck mal, meine... Oder ich. Siehst du mich? Oder ich. Wo ist denn du? Nein, wir wollen jetzt... Wir wollen eigentlich... Wir wollen eigentlich nicht durch erschießen. Das war jetzt nur so. Ähm... Ne, lass mal gucken, wo ist jetzt der... Wo ist denn der Heli? Wo ist denn der Heli, den du dir angucken wolltest? Okay, dann lass uns mal hingehen, gucken, ob der funktioniert. Wir kurz spazieren. Ja, Nico, kaum wieder deine böse Ader durch. Ja, ich bin gerade richtig... Richtig angepisst eigentlich. Nein! Ich bin überhaupt nicht entspannt. Negros ist so jemand. Normalerweise geht jeder, der voll aggressiv danach. Und die ist total in die Wand und pflegt eigentlich. Fuck. Ich weiß, dass... Wo ist denn der Heli? Da hinten. Ich hab keine Ahnung. Wo denn? Ähm, na da, am Wasser. Da. Müsst du doch mal gucken, da. Wo diese... Da ist doch ein Baum... Ein Baum auf so einer kleinen Insel. Hat jetzt alles drauf, der kann spielen. Ja, dann nerv mich jetzt nicht. Äh, nur mich noch einmal erschreckst, heute klebe ich dir die Hände ans Bett. Mit Sekundenkleber. Und rasiere deinen Kopf. Da hinten ist ein Boot. Ja, das... Rennt ihr da wirklich? Ja, da rennt ihr aber falsch, ne? Ihr müsst darüber reden. What? What? Ich verstehe ihn nicht, was er sagt. Ich auch nicht so richtig. Weil er ist jetzt weit genug weg. Wir können eigentlich wieder umdrehen und zurücklaufen. Lass uns geht. Okay. Ich hab doch zu ihm gesagt, er soll gucken gegen den Heli. Er rennt damit nicht noch weiter. Wir verziehen noch eine Lüge. Lieber Yugo-Killer, Ich freue mich sehr darüber, dass du mir follow hast. Und es tut mir auch leid, dass ich dich gerade so ein bisschen übergangen habe mit dem Dankeschön bei deinem Following. Ich war ein wenig unter Stress, weil ich von meiner Schwägerin erschreckt wurde und die ein bisschen angefressen bin, weil hier so ein kleiner Medican rumrennt und mir auf den Keks geht. Weil irgendwie mir... Ich hab keinen Ton im Spiel. Jetzt verstehe ich es. So. Danke, hinter dir kommt ein Zombie. Ja, nicht nur hinter mir. Wenn ich jetzt so schließe, würde ich ihn treffen. Nein. Ich kann ihn jetzt nicht treffen. Oh, ich war das nicht. Geht weg, ich will nicht. Hast du jetzt echt auf ihn geschossen? Nein. Schade. Ich will nicht. I wanna kill the zombie hinter ihm. Zombie. Behind him. alter okay dann ist der kleine jetzt weg und haben wir den auch erstmal losgeworden der weiß ja jetzt wo wir sind ob wir nicht doch noch eine andere sache suchen oder das ist doch gerade so geil oder was auch recht hast du eigentlich müssen wir uns doch eine andere base jetzt fahren jetzt ganz schnell runter nach budendorf und gucken auf der landzunge von budendorf also eigentlich genau konträr unsere landzunge eigentlich fahren wir genau noch da drüben hin wo ich jetzt eigentlich das auto aufzuschließen aber irgendwie jetzt ist aber im heli angekommen also er startet nicht erstreckt aus ab ins auto lasst uns weg errennt aber wo wollen wir hin keine ahnung nur weg von hier zu 20 davon habt ihr mit habt ihr den software sagt genau ich habe den winter wo seid ihr alle drin seid ihr alle da und alle hatte ich bin da 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 ich bin ich bin da ich bin da ich bin Ja, der Heli braucht früher. Pech für dich, wir sind weg. Warte mal noch zum Schluss. Soll ich nochmal schreiben, am Hafen ist Industrielzeug? Ja. Komm hier zum Schluss noch. Das hört er nicht da, ist viel zu weit weg. Ach. Ab morgen müssen wir andere Namen benutzen, wenn wir auf den Server gehen. Sonst hätten wir von allen platt gemacht. Das ist dann auch schon wahr, ja. Jetzt runter. Ja. Also dann doch ein bisschen in Süden runter, oder wie? Naja, ich hab da schon was markiert. Fangen wir einfach mal hin und gucken. Nächstes Mal hört nicht auf mich, wenn ich irgendwen einsammeln will. Die wird man nie wieder los. Ja. Da geht man ja daran. Steffa wollten wir nach Hause bringen und sie ist schon wieder da. Das Gute ist, sie hat jetzt bestimmt irgendwas gesagt, aber ich konnte es nicht hören, weil ich das Headset aufhabe. Ich sehe dich. Braucht ihr einen safe Necro-Crew? Möchtest du irgendwas zu deiner Verteidigung sagen? Ich habe kein Essen zu Hause. Das ist Sonntag. Ich weiß, dass du kein Essen zu Hause hattest, weil es hier war. Nein. Nein. Ich weiß nicht, dass ich mit dir gestern einkaufen wollte. Danke, schreib dem mal ne. Ich wollte eigentlich auch mit dir einkaufen. Ne, er spricht ja mit Nico, ne? Ja, er meint die Necro-Crew, also uns alle. Ja, es ist unser einkaufen. Ja, aber ne. Dann schreib ihm einfach, schreib ihm einfach ne. Wieso? Naja, dann bin ich ja der Böse. Ja, ist doch egal. Wir brauchen keinen Safe. Er will uns einen Safe handeln. Wir haben gelübende Slaves. Wir haben drei Stück. Ja, siehst du, dann schreib ihm ne. Kannst behalten. Na siehst du. Geh. Ich versuch sie zu. Angeneika. Bra de soup. ich muss den ingames rund leiser machen wenn wir autofahren das geht gar nicht ja das ist immer sehr laut ein kleines bisschen lauter können wir uns unbedingt diesen direkt cd andrehen vielleicht hat er da irgendwas reingepackt ich habe keine ahnung wenn er nachher vom server runter ist können wir ja hinfahren mit dem moped hier das haus ist eigentlich ziemlich cool leider kommt man da aber nicht so gut rein ehrlich gesagt hier vorne gedacht ist seine blattpult wirklich das kann doch nicht angehen fahr so um hier ist aber nichts drin gebaut voll doof ja so ungefähr noch ein bisschen besser er musste also ungefähr sieht das aus wo ich auch meinte ein bisschen besser noch glaube ich jetzt habe ich mir wieder eine geile stelle ausgesucht bums ist dann der platt wohl drauf warte mal ich muss mal auf eine karte gucken wo das war wo ich das gesehen hatte ja dann ab nach hudwig oder oberendorf aber das ist echt am arschheide mittlerweile schon obwohl wir hätten da unten dann den trader das stimmt eigentlich das wäre gar nicht so verkehrt wir fahren einfach mal ich habe dich da noch aber da gar nicht na egal er wegen der platten machen wir noch so da kannst du dir nachher direkt an der plattform eintragen das geht ja es ist ja zum glück umfahren geht nicht die dann nach server restart wieder dasteht und unverstörbar nur für heute kurz im chat kommst du ja entschuldigung ich war ähm ich weiß auch nicht was ich war ich wollte das jetzt noch mehr ne die häuser da drüben sehen doch ganz hübsch aus ich erschrecke mich gar nicht gerne ich bin ich habe eine halbe herzattacke gehabt ja für die andere hälfte seid ihr auch noch schuld die häuser da drüben sehen doch ganz hübsch aus wenn der mal gucken gehen die gelbe kirche kann man nicht rein ne die gelbe kirche ist geschlossen bösartig ja sie soll froh sein wenn sie morgen noch haare auf dem kopf hat ich habe die schärmaschine hier ist das eigentlich körperverletzung wenn nicht jemand in den kopf schere während der schläft ja scheiße echt ja natürlich ohne sein einverständnis darfst du nicht irgendjemand in den kopf scheren schatz du hast doch die gleiche unterschrift für sie oder ja ich glaube hier bauen wir auch nicht das ist doof an der straße oder nicht ja muss nur kurz gucken ob hier eine andere waffe ist ich habe nämlich nur noch zwei magazine für die hier ähm ich habe äh zwei stücke im rucksack ach schon wenn du noch welche brauchst gucken kannst ja trotzdem kommen gleich zwei zombies zu besuch ja obwohl die eine seite sieht ja gar nicht mal so schlecht aus ne vor allem wir hätten noch das haus hier ja ja meine ich ja ja aber hier ist eine genaue durchstraße ne wer hier lang fährt das ist natürlich nicht so das ist das riskante ein bisschen da dran wer hier lang fährt kriegt guck ach komm zum bilz runter von meiner veranda weg von meiner veranda weißt du ja wenn das zugebaut wäre dann wäre es kein problem ach es ist einfach dann könnte man das jederzeit verteidigen ach ich blote sonst verbinde ich gleich mal ja mach ich im auto zum glück habe ich ja zeug gekauft jetzt habe ich immer noch herzrasen wegen diesem kack erschrecken das ist wenn sie das machen ich sitze nämlich mit dem rücken zu das ist das problem ja das ist natürlich doof hast du keinen einen blick auf die nee deswegen habe ich gerade auch die jalousie offen damit ich sie wenigstens im fenster spiegeln sehe wenn sie reinkommen ja das ist nicht schlecht oder musst du noch einen dritten laptop anschaffen und dann eine kamera in die richtung stellen genau auch schon überlegt oder nur eine webcam die da ja genau oder ein kleines fenster so beim zweiten laptop nach oben da vorne lief ein zombie äh oder? ne bam bam haha sorry zombies werden bäume ok das war ein veganer zombie das stimmt der mag gerne hat grüne wer? die igel auch der put matel und und hanswurst na geht doch und faucht da stefan an das ist super wir haben hier igel der heißt hanswurst oder daniel? ja wir nehmen das hier das ist cool würd ich doch mal sagen das passt oder? ah ja und stefan passt perfekt tür auf da passt er sogar durch da können wir sogar mit dem auto durchfahren ok warte ich fahr ihn rein und wir hätten sogar noch ein zweites Haus wo wir eine sniper plattform drauf fahren können also wir können zwischen den häusern so ne ja wisst ihr wie ich meine ja ja von haus zu haus bauen ist ja cool ja dann ach das ist das was ich in einem video hab ich mal gesehen das hat einer auch hier übernommen genau das war nicht schlecht ich glaube in den haus konnte man nicht reingehen hier drüben ne aber da können wir einfach ran bauen dass wir hier zwischen sozusagen ja die auto stellen können also dass wir von dem haus zu dem haus aber ne fette terrasse hier hast du super ja ich muss sagen das gefällt gut und da oben haben wir auch noch ein haus aber da können wir auch nicht rein ne das hier ja leider saffnase aber ich denke morgen können wir also wir haben ja schon ein bisschen was habe ich ja in meinem auto und sonst fahren wir jetzt einfach diese construction dinge ab bau construction teile damit wir hier nicht einmal dm money auf dem boden noch mehr dm ähm dann können wir da ja wenig schon mal ein bisschen anfangen der liebe saftnase hat grad erwähnt dass er in seinem auto über 20 cinderock walls hat und der leider momentan nicht auf den server kann weil das gute gute spiel da ist ne der draganov habe ich gerade hier gefunden ich habe gerade eine sniper für 15.000 in meinem rucksack gepackt das ist cool wie heißt die sniper auch noch eine extra sniper also ich habe zum ich habe eine msrnv sd dabei und eine xm210 ja die beiden können wir verkaufen dann kriegen wir schon mal richtig kohle und dann können wir und die draganov können wir auch verkaufen und dann können wir hier die mm m14 die sollten wir auch verkaufen also ich habe eine msr sd nur ohne also generell alle waffen die wir auch verkaufen und wir haben sogar schönen anblick aus dem meer ja ist das wollen wir den safe schon mal aufstellen dass wir da was reinpacken können schon mal ja wäre nicht schlecht wo wollen wir ihn hinstellen oben rein nach oben oder so oben ok ja hier ist auch schön viel platz also daher genau schön in die ecke da neben dem schrank wie unser möbelstück guck mal ob der auf der anderen seite durchguckt gleich mitnehmen ich sehe ihn nicht ok er ist doof warte ich darf ihn nicht aufbauen warum ähm nimmt gerade einer von euch auf ja ich nehme gerade auf ja ich auch ich nehme beide auf ok so dann ähm da musst du ihn aufstellen da musst du ihn aufstellen ich lege kurz was drüber ja ach so wegen den codes meinst du ja das macht ja nichts das kann ich rausschneiden ja ich habe jetzt einfach den pausebild noch rüber gepackt ach ja ach ja musst du uns nachher den Dings reinschreiben wie der code ist oder was ja schreibe ich dann tsk ja was hast du Balkon oh ja wir haben Balkon schöne aussicht bloß nicht rausfallen ne ja da kann die Türen nicht zumachen die die da draußen stehen lassen oh ein Zombie doch ich bin jetzt wieder geschossen ja ja Zombie musst du wieder halt ablenken und hier aufmerksam drauf machen echt jetzt oh da kommt jetzt sein Bruder angerannt ja und danach kommt die Schwester und die Verwandten mal sehen ob er hier das Gitter mal sehen ob er hier unten das Gitter aufmachen kann äh das Tor meine ich ja sicherlich kann er das Tor ja es kommt gleich einer in Tiers so okay das ist nur mein zweiter da damit ich es kurz in Shit schreiben kann also die die der der Vielen Dank.